Warum mietet man sich nicht einfach einen legalen Platz und glaub mir, die Leute werden auch bereit 5 oder 10 Euro Eintritt dafür bezahlen, um sowas legal zu machen, aber soll ich dir sagen, was da passieren wird? Die werden einmal hinfahren, zweimal hinfahren, dreimal hinfahren und hören sie auf. Und weißt du warum? Weil der Kick fehlt. Ich bin auch einfach Mensch, ich nenne das immer Feedback-Ficker. Sorry, aber bei mir ist es einfach so, ich brauche einfach am Ende des Tages ein Feedback. Wenn da irgendjemand sitzt und einfach nichts macht, glaube ich auch nicht, dass es gut war. Nie Vorurteile haben, nie jemanden auslachen, weil er vielleicht nur Felgen drauf hat. Er kann es sich vielleicht nicht leisten, aber nimm ihm doch nicht den Spaß an dem Hobby. Spar dir die negativen Kommentare. Natürlich, wir leben in Deutschland, du kannst deine Meinung äußern, aber warum denkst du, dass deine Meinung im negativen Sinne jetzt so eine wichtige Relevanz für die Gesellschaft hat? Die Gespräche, die ich mit diesem Mann führe, waren wirklich für mich einer der, ja wirklich mit die geilsten Gespräche. Ich habe Leute kennengelernt, die viel in ihrem Leben erreicht haben, aber für mich ist das ein Mensch, der einem die Zukunft vorweist. Und ich weiß, dass wenn er nicht gewesen wäre, ich nicht ansatzweise da wäre, wo ich jetzt wäre. So, das ist die fünfte Episode vom Tempo Limit Podcast. Meine Damen und Herren, ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Nach dem doch sehr für uns sehr erfolgreichen letzten Podcast bei Alex von der Tufo Garage sitzen wir jetzt hier mit einer Person, die wir tatsächlich auch das allererste Mal gerade vor der Aufnahme kennengelernt haben. Super interessant, wirklich für mich als absoluter Audi-Liebhaber, mal endlich die Wucht, die ich gebraucht habe. Also wir machen einmal so ein kleines Recap von der Woche am Anfang. Ihr werdet ja sehen, vielleicht auch jetzt mittlerweile im Hintergrund in der Kamera da, da steht noch ein neues Auto. Dazu kommen wir aber mal später. Das erklären wir dann mal ganz kurz. Ja, und sagen wir mal was zu dir. Du bist angereist, wie lange jetzt? Knapp zwei Stunden. Knapp zwei Stunden. Also erstmal vielen, vielen, vielen Dank. Normalerweise fahren wir immer zu den Gästen. Ach, kein Problem. Aber erzähl was von dir. Wie heißt du, was machst du? Ja, ich bin der BEDIS, Ben Timofe, bei Instagram oder TikTok bekannt als BeastIron3. Bin 29 Jahre alt, liebe Autos über alles. Wie man sieht. Wie man sieht. Und tja, das ist eigentlich so das Wichtigste, was man über mich wissen muss. Ja, sehr gut. Gut. Ich muss erstmal gerade vorab sagen, dein Auto ist, glaube ich, einfach einmalig. Also ich habe sowas noch nie gesehen und, was ich vor allen Dingen sehr krass finde, es strahlt eine unfassbare Präsenz aus. Dankeschön. Also ich habe den Wagen bestimmt jetzt schon viermal gesehen, bevor ich dich kennengelernt habe. Cool. Und in Person, also nicht irgendwie online. Vor allen Dingen auf dem Treffen an der Aral letztes Jahr, Limitless. Ja. Beziehungsweise Aral-Skibahn. Genau. Ja, und das Auto sticht halt komplett raus, ne? Ja, ist halt drüber, ne? Unfassbar. Als was hast du gestartet? Komplett neu. Also ich habe das Auto komplett neu gekauft. Ach so. Null Kilometer. Eigentlich wollte ich das Auto gar nicht umbauen, sage ich dir ganz ehrlich. Du hast viel Mühe anfangen. Wie ist es denn eskaliert? Das Problem ist, wo ich das Auto dann, ich hatte eigentlich ein anderes Auto bestellt. Und dann rief mich der Händler an und sagte, ey, es dauert noch wieder länger und es dauert noch länger. Und ich war zu dem Zeitpunkt beruflich in China gewesen und ich brauchte unbedingt ein Auto, wenn ich wiederkomme. Und ich wollte unbedingt ein neues Auto haben, so als Neustart. Und ja, im Endeffekt war das so, dass er gesagt hat, ey, hier, ich habe einen RS3, konfigurier den so, wie du den haben willst. Wir werden uns preislich schon einig. Ich habe überlegen, RS3, was ist denn das nochmal so genau? Ja, habe dann im Internet geguckt und dachte mir so, ne, gar nicht meine Welt, viel zu kleines Ding. So, ist gar nicht so mein Ding, wo ich sagen würde, da pange ich jetzt an, irgendwas umzubauen. Dann sagte er so, vertrau mir, preislich, du kannst das Ding sozusagen drei Jahre fahren, kannst ihn dann verkaufen und du wirst nicht mal Verluste machen. Hat mir einen guten Preis gemacht, also konfiguriert wurde der für 79,8. Hat mir aber einen super Preis gemacht, darf ich das vielleicht jetzt nicht verraten, aber ein echt Toppreis. Und Ende vom Lied war dann, ich habe mich dann jeden Abend so, bist halt alleine in China, war Corona-Zeit, Corona ist da gerade ausgebrochen. Ach, okay, krass. Dann hast du halt angefangen die ganze Zeit so im Internet zu gucken, ja, RS3, was ist denn das, was kann man daran machen? Dann von einem Mal sehe ich da so Dinger mit 1000 PS und 700 PS und denke mir so, Alter, die fahren aber auch gute Zeiten. Sound war auch echt interessant, war so ein bisschen anders wie so ein klassisches Auto, was man so täglich hört, so ein GTI oder so. Und, ähm, tja, dann bevor das Auto dann schon so gesehen bestellt war, waren halt auch schon die Felgen bestellt. Das war doch mal geil. Das ist wirklich geil. Und das ist wirklich ernst, also das war no joke. Und ich werde es nie vergessen, ich bin dann, äh, ich habe das Auto mir dann nach Hause liefern lassen, weil ich nicht, ich wollte eine Abholung haben, ging halt aber nicht, weil ich doch ein bisschen länger da bleiben musste in China. Habe mir das Auto nach Hause liefern lassen. Das Auto wurde original, also mit Serienleistung, maximal drei Kilometer bewegt. Das ist geil. Gelogen, sechs. Einmal bis zur Tankstelle und zurück. Da hat das Ding direkt 102 Oktan bekommen und dann habe ich meinen Jungs angerufen und gesagt, ey, ich brauche mal eine Stage 1. Habe ich das Ding erst mal mit einer Stage 1 eingefahren. So, dann waren die Felgen natürlich auch pünktlich da, was war noch alles da? Ja, so Kleinigkeiten, man fängt ja immer erst mal so klein an. So, da wir, da ich auch wusste, dass Maxen damals halt schon ein paar Lieferzeiten hat, die ein bisschen länger dauern. Eine Woche später kamen dann die Maxen-Anbauteile. Ja, dann ging es auch schon direkt an die Downpipe und dann immer weiter und immer weiter. Und irgendwann, ich bin halt so ein Mensch, ich bin so richtig ungeduldig. Kennt ihr das so? Ja, definitiv. Ihr seht irgendwas und ihr wollt es einfach direkt haben. Bei allem anderen bin ich gechillt, aber bei Autosachen, ich glaube, da werden mir viele, viele, viele Leute zusprechen, was das Ganze angeht. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, ich fange einfach mal an. Damals habe ich das mit meinem Papa gemacht und der ist dann leider an Corona verstorben. Oh, wunderbar. Und dankeschön. Und unser Traum war das dann immer so, wir bauen das Ding so um, dass das irgendwann mal auf der ersten Motor Show steht. Wow. War natürlich so ein Traum, wo wir gedacht haben, ach, das wird eh nie passieren. Ja. Und dann habe ich so festgestellt, man muss irgendwas machen, was einfach keiner macht. Worüber sich alle aufregen, worüber sich viele freuen, womit man halt auch Kinder glücklich macht, ältere Leute glücklich macht. Nicht immer alle, also wegen der Lautstärker natürlich nicht. Aber man muss halt sich ein bisschen aus der Menge heben. So, ich wusste ganz genau, ich habe gemerkt, wie diese RS3-Community ist. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich sage mal so, die meisten, ähm, feiern das Ding gar nicht. Also bei den RS3-Fahrern bin ich meistens immer so der meistgehasste. Ach, krass, okay. Ist wirklich so. Also es ist tatsächlich, ich sehe das ja auch in Gruppen, die denken immer, ich würde das nicht sehen, aber ich sehe das alles. Ähm, da muss man aber drüber stehen. Nicht jeder versteht, was der Sinn dahinter ist. Nicht jeder weiß, was genau an dem Auto gemacht ist. Das sind viele Sachen, die man so gar nicht sieht, die aber eine Menge Zeit, eine Menge Liebe und eine Menge Geld gekostet haben. Und, ähm, wie gesagt, dann habe ich mir irgendwann den AirSex von John Olsen, kennt ihr den noch? Den schwarz-weißen, oder besser gesagt, den Bat-Safe, der abgebrannt war? Ja, doch, klar. Ja, ja, doch, den kennen Sie schon. Und ich fand das Auto so geil. Und ich wollte mir eigentlich einen AirSex holen. Das hätte auch vom Kostentechnisch damals auch funktioniert. Das Problem war halt, den gibt es schon mal. So, was wäre cooler, wenn ich doch eh schon einen AirS3 da stehen habe, so einen kleinen Bruder da rauszubauen. Und, ähm, durch meine Schwester, die kannte ihn halt, hat dann gefragt, so, wäre das okay, wenn das Design übernommen wird? Die hat dann so ein paar Telefonate geführt, hat gesagt, der hat ja kein Problem, findet der cool. Dann habe ich erst mit dem Bat-Safe-Design angefangen. Habe mit der Dachbox oben drauf geklatscht, damals auf der original Audi-Box. Sieht so hoch, sah kacke aus. Ja. Und, äh, ja, da ging es immer weiter. Dann hatte ich den Two-Face-Design, schwarz-weiß, genauso wie John Olsen seinen AirSex hatte, den zweiten AirSex, den Phoenix. Und, äh, ja, dann ging es weiter und weiter und weiter. Ja, und dann irgendwann... Leicht eskaliert. Ja, leicht. Brutal eskaliert. Aber dieses schwarz-weiß-Ding tatsächlich, ähm, ist dann super, also dieses, dieses auch Two-Face gerade, ist ja super ins Kommen gekommen. Ja. Vor, äh, so zwei, drei Jahren. Da hatte ich das gehabt. Ja. Obwohl, gar nicht, ne, ich hatte halt noch... Das Problem ist, ich verlieh das Ding so oft. Na, da haben wir noch. Ja, gut, Corona ist ja so, ist ja so vor vier Jahren so, war das ja, 2020, wenn ich es richtig im Kopf habe. So hier in Deutschland, wo das sehr eskaliert ist. Ja, ungefähr. Ja, 2020. Ich glaube sogar, und jetzt kommen hier meine TikTok-Knowledge, das kann man mit dabei sein, da wird immer so abgehatet. Aber ich meine, ich habe einen TikTok gesehen vor ein paar Tagen, wo dann ja so stand, so, ja, jetzt vor vier Jahren wurden das erstmal die Schulen geschlossen. Witzig, vor vier Jahren sind wir noch zur Schule gegangen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war das dann noch sehr akut. Aber ich habe noch eine lange Zeit bei einer Foliererei gearbeitet und da kam diese Two-Face-Design auf einmal wirklich wie so eine Welle ist. Und auch ein RS3 oder war es ein S3? Auf jeden Fall war es die, das ist dann die Limo-Version gewesen. Das ist dann so, rechts, rechts, weiß, links, schwarz und in der Mitte einfach mal so einen Streifen. Ich glaube, das war Türkis. Ich kenne den sogar. Ja? Ja. Der hat nämlich bei AutoCenter Meschede, Enjoy-Fahrzeug-Volierung und der dritte fällt mir nicht ein, tut mir sehr leid, ein Gewinnspiel gewonnen. Und daraus ist das resultiert. Also wir kennen uns auch. Ja, ja, perfekt. Okay, super. Weil das Auto ist mir dann direkt in den Kopf gekommen. Das ist ein Justin, glaube ich, heißt der. Das kann sein, ja. Das ist ein witziger Typ. Fährt auch dieselbe Auspuffanlage. Also dank ihm bin ich auf die Auspufflage im Endeffekt so wirklich gekommen. Ja, mega. Und jetzt ist ja das Gefühl auch so ein bisschen das Ding, ne? Ja, die haben mich da gesponsert. Also erst drei Anlagen laufen, glaube ich, oder werden gut verkauft. Ja, jetzt gehört ihr beim Reinfahren. Also wir hatten jetzt schon ein paar Autos, die ja etwas lauter waren, die hier lang gefahren sind. Aber du hast dich angekündigt. Ja, bestimmt schon, keine Ahnung, 600 Meter weit weg. Echt? Ja, und wir wohnen hier, also wir sind ja hier recht eingekesselt von Gebäuden, was so den Schall angeht. Aber das hier reinfahren, da haben schon die Fenster gewackelt. So muss das sein. Ja, so genau. Definitiv. Das Krasse ist halt, es ist halt legal und es glaubt halt kein Schwein. Ja, aber es ist auch schwer zu glauben. Ja, also das Ding ist, das muss man den Leuten halt aber auch erklären, wie das funktioniert mit der Klappensteuerung. Also die Klappe ist halt komplett offen bis, ich glaube, 18 kmh, schließt dann bis 80, 90 kmh, ich glaube 89 kmh und ab 89 kmh öffnet die wieder komplett. Ah, die ist komplett tempo gesteuert? An sich schon, ja, aber jeder, der näher aus drei fährt, kennt ja gewisse Tricks, wie man sowas umgeht. Viele kaufen sich eine Klappensteuerung, hatte ich auch drin gehabt, kriegst du nur Probleme mit der Polizei, die kommen dahinter, die sind auch nicht mehr von früher, weißt du? Dann gibt es aber so ein paar Stellungen, durchs Rumtesten, durchs Rumspielen, kommt man dann irgendwann drauf, denkst du, hä, warum ist denn die Karriere zur Not geblieben? Und das ist dann aber legal, weil wir haben ja nichts verändert, dass wir nicht gerade oben gespielt. So, dann kannst du das Ding natürlich auch in einem gewissen Bereich halt auch offen fahren. Wie ich es gerade zum Beispiel gemacht habe. Ich verstehe, also wie so ein GTA-Cheatcode dann. Genau, exakt. GTA-Cheatcode, ja. Das kennst du doch aus dem Jahresnach. Ah, ja, ja. Ich muss halt eben einschneiden, das Thema. Ich fahre ja so eine übelste Bumsbude, wenn ich wirklich viele Kilometer fressen muss. Ein Toyota-Jahres aus 2007. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht sein, dass die Traktionskontrolle bei dem Auto nicht ausgeht. Weil ganz ehrlich, im Schnee, ohne Traktionskontrolle, wenn die nicht ausgeht, bleibst du einfach stehen. Du musst mehr Gas geben. Ja, witzig. Du drückst aus Gas, passiert nichts. Die Karriere fühlt sich von selber ab. Okay. Dann habe ich gegoogelt. Wie macht man die aus? Auf einmal kommt da jemand mit. Handbremse ziehen zweimal, dann oben halten währenddessen. Bremspedal drücken, dann einmal an und aus, dann wieder Gaspedal drücken, loslassen, dann wieder zweimal Handbremse und dann runterlassen, das ist die aus. Die sind jetzt schon verarschen. Dann bin ich mit meiner damaligen Freundin rechts rangefahren. Ich so, das muss ich jetzt ausprobieren, sorry. Weil das hat mich so körig gemacht beim Fahren zum Thema ungeduldig sein. Ja, ja. Wirklich, ich stehe da, zack, 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 zack. Auf einmal aus. Ja, nein. Ja. Und die haben mir das auch nicht geglaubt. Dann war ich so stehen hier wieder rumgemacht und dann, zack, ging wieder aus. Ey, unfassbar. Ja, mittlerweile, ich bin irgendwann einfach mal durch so ein tiefes Wasserloch gefahren. Irgendwann hat es uns weggefetzt, sie ist es mittlerweile einfach komplett weg. Das ist sehr interessant, weil das haben wir heute bemerkt. Das Auto ist so komisch mit diesen Fahrradreifen. Du kannst einfach mal so 150 Meter in so einem 90 PS Auto den fiesesten Burnout machen im zweiten Gang. Wirklich, voll. Die Raddrehzahl irgendwie 70 kmh oder so. Das ist unfassbar geil. Ja, aber das macht auch Spaß. Ja, wir sind sowieso so ein bisschen Team Shitbox momentan. Ja. Muss aber auch sein. Ja, total. Also auf der Bühne ist mittlerweile öfters ein Auto, was unter 100 PS hat als alles andere. Der steht halt hier vorne. Das ist das Problem, wenn man an BMW schraubt. Ist das so komplett Fraktion Audi oder sagst du auch, der M3 Touring ist auch mal so ganz geil oder so? Ich habe ja selber, ich glaube, zwei M-Modelle selber gehabt. Einer ist auch bekannt, den hat der Turbozahler gekauft. Der Bentley Grüne oder British Racing Green war der. Was war das für einer? E-93. Also gibt es schon ein mega geiles Auto. Ohne Scheiße, ich bereue es, dass ich das Ding abgegeben habe. Dann hatte ich einen E-46 Cabrio. In Silber, auch mega schön, komplett original, nichts dran gemacht. Da bin ich tatsächlich mal original geblieben. Aber wahrscheinlich, weil ich wusste, ich verkaufe das Ding eh. Ja. Das einzige, was mich bei BMW immer geschöttert hat, war die Lenkung. Das ist tatsächlich der Grund. Optik. Krass, okay. Das sind schöne Autos und wirklich schöne Autos machen auch sehr viel Spaß. Da kann man auch echt viel Leistung rausholen. 3,35 hatte ich gehabt. Zwei Stück als I, zwei Stück als D. Ne, ein als D. Ja, die ist so ein krass. Also die Amerikaner gehen ja dumm mit dem Auto. Die gehen richtig gut, die Dinger. Da kannst du auch richtig querfahren mit. Ach, krass. Ja. Aber querfahren habe ich von Opel gelernt. Von Opel Frontantrieb oder? Ja, Opel Frontantrieb. Ja, geil. Noch witziger war die Polizei die ganze Zeit hinter mir. Ah. Ja. Ja, immer dann, wenn es am wenigsten sein soll, sind sie dann auch einmal. Dämlich, weißt du, so fahren die ganze Zeit hinter dir her und du checkst es einfach nicht. Egal, das ist wahrscheinlich auch so. Mal gucken, was man mir hergibt. Oh, mein Anwalt war cool. Ja. Der hat dann gesagt, die unterstellen die hier gerade driften. Die unterstellen die? Ja. Das war ein Anwalt vor Gericht und der hat gesagt, das ist ein Frontantrieb, der kann doch gar nicht driften damit. Ah, geil. Okay, das hat ein Pugel. Das ist ein guter Anwalt gewesen. Geil. Das ist ein guter Pugel. Dann kommen wir mal zum absoluten Klassiker. Das ist mittlerweile bei uns ja das Ding, finde ich, um eine Konversation zu starten. Thema Getränk, weil, ist mittlerweile einfach so, es gibt Leute, das ist einfach eine Religion geworden, weil, ich schwöre es dir, die Kölsch-Trinker können die Leute, die Bitburger trinken, nicht leiden. Ich jetzt? Ich trinke halt kein Alkohol. Ich auch nicht. Ich habe es halt aber immer nur mitbekommen und dann dachte ich, okay, wie ist das denn bei Thema Energydrink? Ist ja mittlerweile ja auch so ein Ding. Also gibt es ja die Fräschung, die trinken nur Monster, nur Red Bull. Ganz wenige, ich habe das Gefühl, das sind so die Leute, die immer auf Angebote gucken, Rockstar. Also sehe ich nur ganz ehrlich, mir fällt jetzt spontan nur eine Person ein. Ich kann jetzt nichts sagen gegen Rockstar. Kannst du nichts sagen? Nee, nee, darf ich nicht. Achso. Dann gibt es natürlich die Leute, die dann nur so Nischen-Energydrinks trinken, wie jetzt, keine Ahnung, Gönnergy oder so. Also fällt mir jetzt auch nichts anderes ein. Nichts gegen Montana, aber mir schmeckt es persönlich zum Beispiel gar nicht. Ich muss dazu sagen, die neuen Sorten finde ich tatsächlich ganz geil. Aber ich habe schon nicht probiert. White Peach finde ich sehr gut, dieser Apfelgeschmack finde ich sehr gut. Okay. Man merkt halt einfach, dass es nicht so dieses typische Energydrink-mäßige sein soll, sondern eher ein Softgetränk mit Energieeffekt. Aber muss ich dazu sagen, ich finde 0,5 Liter ein bisschen viel. Ja, ich auch. Weil dann ist bei mir auch echt Polen offen. Also wenn ich das hinter dem Schreibtisch trinke, ist richtig vorbei. Also ganz liebe Grüße gehen raus an die Leute aus meinem Büro. Die wissen, was ich meine. Weil dann fällt nämlich ein dummer Spruch nach dem anderen. Keine Wurst. Und dann rückt wieder unterm Schreibtisch. Ja, das war auch an dem Zeitpunkt, wir haben einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Wir haben das Ding ganz hochgefahren, haben wir einfach unter dem Schreibtisch gelebt. Thema Homeoffice. So unter dem Schreibtisch. Bist du zu ernst genommen? Aber was ist denn dein Lieblingsgetränk? Tatsächlich das, was ihr da vorne stehen habt. Das ist? Red Bull Peach. Peach. Habe ich noch nie getrunken. Aprikose. Aprikose? Ja. Okay. Habe ich noch nie getrunken. Dann wird es Zeit. Ist auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert. Dann schnapp uns mal auf. Die sind sogar noch gekühlt. Ja, natürlich. Glaubst du mir, wenn ich sage, ich trinke Red Bull und so, gerne nicht so kühl? Echt? Ach. Ja. Reingeschissen. Ja. Das letzte Mal die Getränke haben wir nicht gekühlt. Das stimmt. Aber das geht von der Temperatur. Ja. Ja. Okay, dann. Ja. Der Kampung ist auch nicht so der kühlste Kandidat. Sehr gut. Deswegen, Taste Test, ne? Prost. Prost. Wenn der Red Bull jetzt keinen Vertrag raushaut, ne? Ja. Also, Red Bull, your or has money. Und ihm. Sag Bescheid. Ich mache gerne Werbung. Boah, ich glaube, so ein Red Bull-Sponsorship ist schon so mit einer der coolsten Sponsorship. Boah, ja. Also, ich kenne ja so ein paar Red Bull-Athleten, beziehungsweise auch die Leute aus dem Mediateam. Da gibt es ja immer so dieses Meme, Red Bull macht alles außer Getränke. Red Bull macht alles außer Getränke. Zum Recap der Woche. Ich war letzte Woche in Dubai fünf Tage und dann zwei Tage in Saudi-Arabien. Und wir waren auf dem Formel-1 Grand Prix in Jeddah. Geil. Und klar, das ist natürlich auch Red Bull vertreten. Finde ich persönlich immer sehr witzig. Also, ich bin überhaupt nicht in einem Formel-1-Game drin. Dann habe ich meine Jungs erst mal eingeweiht. So, und dann habe ich auch erst mal bemerkt, alles klar, hier gibt es etablierte Automarken. Und wer ist auf der ersten Stelle? Ein Scheiß-Getränke-Hersteller. Red Bull. Tja. Finde ich absolut geil. Fand ich auch wirklich, also für mich, mir wurde das immer so beschrieben, die Rennen sind momentan alle sehr gleich. Max heißt da, ein Pferd, macht seine Runden, überrundet gefühlt alle, kommt irgendwann ein Ziel, alle top. Der Rest dahinter, der fleucht und kreucht sich dann irgendwo auf irgendeinen Platz ein. Manchmal gibt es ab und zu nochmal ein paar interessante Battles und das war es. Genau so hat sich das auch im Pedder Club angefühlt. Du siehst halt irgendwann, ich habe tatsächlich das Ende gar nicht mitbekommen. Auf einmal haben alle nur gejubelt. Ich gucke nach draußen, irgendjemand schwenkt die Flagge. Ich musste gar nicht gucken, wer erst der Platz war, weil das war ja zu dem Zeitpunkt dann schon komplett klar. Der ist dann ausgestiegen, hat dann seinen 80. Pokal abgeräumt und ist dann gegangen. War sehr undramatisch. Bis auf, Thema Red Bull dann wieder. Das kannst du halt in Deutschland nicht bringen. Dachte ich mir halt direkt wieder. Aber dann fangen auf einmal an, zwei motorisierte, so weiß ich nicht, so Ultralight Chesnares oder sowas waren das. Also die waren so im Chesnau-Verschnitt, aber hatten halt eindeutig nicht die Größe. Mit Feuerwerkskörpern ran, fliegen durch Feuerwerkskörper, die gerade von unten von Booten nach oben geschossen werden und schießen selber nach vorne noch Feuerwerksraketen raus. Wo ich so dachte, das kannst du nirgendwo machen außer hier. Aber voll geil. Ja und so was passiert? Nee, aber hier in Deutschland, keine Ahnung. Kann ja wieder irgendwie sein, dass irgendjemand so ein Stück, was ist da drin, Granulat oder was hat er erst da auf dem Kopf bekommen und weiß ich nicht, da kriegt irgendjemand ein Herz. Ich warte nur noch, ob es irgendwann eine Regelung kommt, wenn es regnet, wird den immer raus. Ja, das ist... Weil es könnte ja sein, dass ein Tropfen dich trifft. Ja. Das ist halt so ein bisschen so, wie du halt so ein bisschen vor den Angsthasen regierst, sage ich mal ganz vorsichtig. Da können wir ja direkt mal in ein ganz dramatisches Thema einsteigen, weil ich finde das eigentlich geil, haben wir noch nie gemacht. Du bist mitgespannt. Wie findest du denn momentan die Regierung in Deutschland? Du kannst dir auch gerne auf das Thema Auto beziehen, weil ich finde, da ist so eine Clowns-Veranstaltung. Das ist ein sehr witziges und sehr interessantes Thema und das werden jetzt viele auch nicht denken, aber ich interessiere mich politisch tatsächlich sehr. Das, was aktuell mit unserer Regierung abgeht, ist ein absoluter Witz. Das ist eine Peinlichkeit, sage ich dir ganz ehrlich. Deutschland, wofür ist Deutschland bekannt? Oder wofür war Deutschland weltweit immer bekannt? Für Autos und dadurch, dass wir keine Bodenschätze und sonstige Sachen haben, sondern uns reich gemacht haben in unserem Kopf. Deutschland baut die geilsten Maschinen, sei es Portalfräsmaschinen, sei es Fräsmaschinen, sei es egal was. Motoren, weltweit, BMW, Mercedes, Audi, das sind so die beliebtesten Automarken. Wenn du im Ausland sagst, du fährst ein Audi, du fährst ein Mercedes, du fährst ein BMW, wow, geil, du fährst ein welches Auto, respekt. Ja, total. Warum ist es überall in Japan? Warum fahren die ganzen... Ja, das stimmt. Verstehst du? So hat ja seinen Grund. Steht für Wertigkeit, steht für Langlebigkeit. Ja. So. Um sowas zu produzieren, kostet das eine Menge Energie. Energie kostet Geld. Mhm. So, was machst du denn, um so ein Unternehmen platt zu machen? Du erhöhst genau diese Kosten. Was machen die meisten Unternehmen aktuell? Verziehen sich ins Ausland. Ja. Dann war Deutschland clever und hat sich gedacht, hm, pass auf, jeder, der schlau ist, wie zum Beispiel die Firma Stiebel, die will jetzt auch keine Motorsägen mehr hier in Deutschland produzieren, die macht sich auch ins Ausland, in die Schweiz. Ähm, die denken sich dann so, warum soll ich hier das Zehnfache an Kosten tragen, zahlen, steuern, alles Mögliche drum und dran, ähm, anstatt diese, das zu unterstützen, bei, guck dir China an. Ich war selber oft in China, ich hab das gesehen, was da abgeht, wie schnell die sind. Also für alle, die denken, China wäre hinterher, China ist bestimmt 10, 15 Jahre weiter als wir. Ja. Also wirklich, ich war im tiefsten Keller, ich hatte bestes Internet. Absolut, so unfassbar, also von dem, was ich gehört hab. Ja, ich war selber da, ich hab's selber gesehen, ich war geschockt. Ja, also für mich geht's tatsächlich im April nach China, ich bin sehr gespannt. Wirst du dich freuen. Ja. Wohin? Ja, das ist, da ist eine Autoshow, jetzt weiß ich leider gerade nicht so ganz genau, wo das ist, aber es ist auf jeden Fall. Aber China ist genau egal. Und mir wurde halt auch einfach eine Sache immer wieder jetzt auf der Reise in den Kopf gerufen, ähm, was, ähm, BYD heißen die, glaube ich, machen, ähm, die Autofirma und äh, sonstige chinesische Autofirmen, die sind nicht im Kommen, weil in Deutschland sagt man immer gerne, oh, die Chinesen kommen langsam, die sind schon längst da. Ja, ja. Also, da darf man nicht unterschätzen. Und das ist halt krass, weil man denkt halt, man lebt in einem neuen Zeitalter, Internet, man sieht alles, man kriegt alles mit, glaub mir, kriegst nichts mit, gar nichts. Ja, also gerade, gerade aus der Region, das ist ja wirklich, um da mal richtig Informationen zu bekommen, da muss schon irgendwas komplett schiefgelaufen sein bei denen selber, dass das wirklich so in die Außenwelt getragen wird, ne? Ja. Wo man auch bei den ganzen chinesischen Automargen sagen muss, also, äh, BYD oder wie auch immer, die produzieren enorm viel, das ist also in Akkordzeit, das ist wirklich krass, also, muss man echt sagen, ähm, die haben halt auch ihre Probleme, ist nicht die Frage, aber ich finde es krass, was technologisch die auf die Kette bringen, obwohl man immer noch sagt, ja, das ist ein Schwellenrand. Ja, nee, also, das ist im besten Sinne kein Schwellenrand, ne? Nein. Also, das ist schon lange abgefahren. Züge kommen alle zwei Minuten, nicht mal zwei Minuten, alle, jede Minute kommt zu, du brauchst kein Auto, so gesehen da unten, du rufst ein Taxi, du hast nicht mal gewählt, dass du ein Taxi baust, du gehst nur in die App und dann, ich weiß nicht, wie die das machen, das ist gestört, ich find's geil. Ja, das ist so. Du bist sofort da, Essen bestellen, ich hätt nicht mal wirklich bestellt, ich weiß es noch, ich war im Hotel, hab mir was bei McDonalds bestellt, ich dachte mir so, ah, ich geh jetzt grad eben noch duschen, weißt du, hol das Essen dann unten ab und dann mal klingelst an der Tür, wo ich mir grad die Sachen angefangen hab auszuziehen, ich mach die Tür auf, guck so, McDonalds. Ach, geil. Und ich denke mir so, wie? Aber das ist so crazy, auch, die kaufen ja nur noch, äh, mittlerweile über diese Bestellungen ein. Ja, klar. Es gibt darüber, wie Chat heißt das, da geht alles drüber. Ja, genau, das hab ich auch gehört, ja. Du kannst, holst dir Kredite darüber, du, äh, bezahlst dein Auto damit, du bezahlst deine Strafzettel damit, du bestellst dein Essen, du kaufst dein Essen, auch wenn du in den Laden gehst, bezahlst du damit, also, die haben mich angeguckt, ich bin da der einzige Mensch, der mit Bargeld da rumgelaufen ist, ja, äh, ich guck mich so an, so, jaja, was, welchem Loch kommt der Typ? Der Tori. Ja, genau. Und, äh, nee, das war schon eine krasse Erfahrung, also, dann hat man erst mal gemerkt, so, boah, fuck, und wir denken immer so, wir sind so. Ja, europäische Stolz, auf die falsche Stelle leider für mich. Ja, genau. Ja. Und, wie gesagt, Politik aktuell, siehst du ja, ähm, ich sag immer, es gibt kein, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, es gibt keinen Weg zum Frieden, wenn der Frieden selbst nicht der Weg ist. Und das sehen wir ja an der Sache mit Ukraine, mit Russland, ähm, was da abgeht, ich war in Russland und ich war auch in der Ukraine, ähm, und ich muss sagen, es ist traurig. So, das betrifft Deutschland, sollte sich meiner Meinung nach erst mal um die eigenen Bürger kümmern. Es kann nicht sein, dass Rentner rausgehen und irgendwelche Pfandflaschen auch sammeln müssen, die ihr ganzes Leben lang für das gesorgt haben, was wir hier jetzt für einen Standard haben. Das kann nicht sein. Das ist meine Meinung. Ja, so nix zu sehen. Also, ich find's einfach nur traurig. Das ist für mich nicht mal unbedingt eine Meinung, das ist gesunder Menschenverstand. Ja, ja. So, und egal, was für ein Politiker, ihr Gehalt könnt ihr sich alle anheben. Haben sie ja jetzt wieder gemacht, ne? Aber sich einfach mal um das eigene Volk zu kümmern. Weil jetzt überleg mal, wenn du dein Volk unterstützt, dann steht dein Volk auch hinter dir. Das bedeutet, jetzt mal Spaß beiseite, jetzt bricht ein Krieg aus. Was denkst du dir für Leute, die so patriotisch sind und jetzt, ich würde für so eine Regierung niemals in den Krieg ziehen. Ja. Das ist richtig, ja. Würde ich machen. Klar, die machen auch vieles gut. Ich will jetzt nicht nur sagen, die machen nur Scheiße, aber die meisten können nicht mal Englisch. Die haben nicht mal einen Schulabschluss. Und die sitzen dann da und dürfen dann über das Land bestimmen. Das kann nicht sein. Und natürlich trifft mich dann dieses Thema Auto und dann hörst du dann Tempolimit 130. Wo willst du denn heutzutage noch schneller fahren? Ja. Bei den ganzen Baustellen. Das merken aber auch dann immer auch erst, also ich habe es erst angefangen zu merken, als ich dann noch wirklich mal in ein schnelleres Auto eingestiegen bin. Ja. Wie abgefuckt Tempolimit mittlerweile einem dann die Fahrt halt, und ich rede jetzt hier nicht vom Rasen, weil klar, dass Ingrid sagt, ab 180 fange ich an, um Auto zu verwecken. Warum? I get it. Aber erst mal ohne Witz, du fährst in den normalen Standard-Reise-Kombi, Auto von meinem Vater, Skoda Octavia, 2 Liter TDI, 180, Guckaus-Handy, ich check, überhaupt nicht die Geschwindigkeit. Ja. Du hörst das nicht, das ist ganz entspannt. Ja, aber ganz ehrlich, du bist auch nur am Bremsen. Ja. Bremsen, Gas geben. Alleine auf den Weg hier hin, ey, rechts frei, fahr doch einfach rechts. Ja. Alleine warten, die natürlich darauf, bis man mal Fernlicht macht, bis man mal Blinker links macht, dann zeigen die eine an. Ja. Das ist halt das Problem, was wir in der ganzen Gesellschaft haben, anstatt seine eigenen Fehler zu reflektieren und zu überlegen, okay, warum hat denn der das jetzt gemacht, könnte vielleicht daran liegen, dass die rechte Spur frei ist. Du weißt, das hat auch nichts mit Rase oder mit Provozieren zu tun, aber jetzt muss ich von 200 runterbremsen auf 100, einfach nur, damit der Mensch jetzt gerade Bock hat, einfach links zu fahren. Und das finde ich, das zeigt einfach, das spiegelt aber auch unsere Gesellschaft wieder, weil die Leute einfach alle an sich denken. Ja, leider, das ist, finde ich, wieder Thema Regierung, kommt halt auch wieder ganz stark meines Erachtens nach in den Parteien drin vor. Ja. Ich habe nämlich das Gefühl und muss sozusagen, ich bin einfach noch nicht so lange auf der Welt, um wirklich starke Phasen und Änderungen in der Politik einfach beurteilen zu können. Aber ich habe momentan einfach das Gefühl, dass die Parteien und die, die gewählt worden sind, immer nur für den nächsten Wahlkampf regieren. Natürlich. Das finde ich so affisch, weil das hat ja so, also für mich ist es einfach total egoistisch. Klar. Da geht es halt nicht ums Volk. Und ich finde, das ist einfach die falsche Herangehensweise, weil, und da kann man halt halten, was man von will. Aber, dass so viel Blau mittlerweile gewählt wird und so viel Bullshit aber auch oftmals von Blau kommt, ist für mich einfach ganz klar. Was meinst du jetzt mit Blau-AfD oder was? Nochmal. Meinst du jetzt mit Blau-AfD oder was? Genau. Ich sage dir ganz ehrlich. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Alles gut. Wenn ich als Mensch mit Migrationshintergrund, ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich bin zwar nicht hier geboren, ich bin im Urlaub geboren. Ich hatte auch Bock auf Urlaub, weil es ohne Minel ist ein bisschen früher und ich hätte noch, ich könnte mein Leben lang umsonst fliegen. Ja, so schlau war ich damals aber noch nicht mit neun Monaten, mit sieben Monaten. Und jetzt überleg einfach mal, geh mal so in dich. Das, was die AfD macht, ist wesentlich cleverer als das, was die ganz anderen Parteien machen. Weißt du warum? Einfach aus dem Grund, weil die nutzen natürlich auch gerade die Situation aus, dass viele die auch aus Trotz, aus keine Ahnung was wählen. Aber wenn man noch ein bisschen tiefer bei der AfD reingeht, ich finde nicht alles super, was die machen, aber gewisse Dinge, die die sagen, sind halt einfach Fakt. Das ist dann nicht ein gesunder Mensch. Genau, und jeder, der sagt, das ist was anderes, das hat nichts mit Rassismus zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass, klar, die haben auch Idioten da sitzen, ja, auch irgendwelche Nazis und keine Ahnung was, ja. Die wirst du aber, überall hast du irgendwo gewisse Schäfchen. Aber das zu verallgemeinern, ist halt wieder das, was, wir haben auch in Deutschland gar keine Demokratie mehr. Also wer denkt, wir haben eine Demokratie, der lebt in einer absoluten Fantasiewelt. Jetzt werden viele sagen, wie kann man sowas sagen, ist das Fakt. Befass dich damit und du wirst es feststellen. Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker oder sonst irgendwas, ich komme sehr viel rum. In sehr vielen Ländern war ich schon gewesen, ich habe sehr viel lange miterlebt, auch über Monate hinweg, dass ich mir eine gewisse Meinung bilden kann. Klar, in anderen Ländern verdienen die Leute weniger Geld, ja, aber die leben freier. Die brauchen gewisse Standards nicht, die wir hier haben, worüber wir natürlich auch drüber stolz und froh sind. Aber das, was die dafür haben, wir haben hier auch nicht geiles Wetter oder sowas, dass man sagen kann, ey, wir haben hier so geiles Wetter, es lohnt sich hier so. Nein, wir brauchen das, weißt du? Das ist halt traurig und das ist schade. Das ist absolut schade. Ja, also was ich auch super schwierig finde, ist, Deutschland, das war ja mal wirklich eine Innovationsgesellschaft. Klar, ist es immer noch. Das ist eine volle Kahn, ein deutsches Wirtschaftswunder alleine. Absolut. Und dass wir uns selber so auseinandernehmen mit den ganzen Auflagen und vor allem, wenn es um die Autoindustrie geht, das ist so, also auch schade einfach. Natürlich ist das schade. Ich meine, wenn man sich mal Toyota anguckt, die haben ja von Anfang an eigentlich gesagt, ey, scheiß auf Elektrik, wir wollen Hybrid. Genau. Absolut richtige Entscheidung. Schon immer gewesen und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Ja. Weil Hybrid ist was, das kann man umsetzen, da wird schon viel geforscht. Damit kann man auch verdammt gute und einfach zuverlässige Autos bauen. Aber natürlich auch, wenn man Richtung Ferrari guckt oder so, verdammt gute Supersportler bauen. Das ist einfach ein allrounder Produkt. Der LaFerabi, bestes Beispiel. Absolut. Deswegen. Und ich meine, man sieht es auch eigentlich ein bisschen an den Aktien. Ich meine, ich glaube, Toyota ist im letzten Jahr, hat sich um das Doppelte wieder zurückgeholt an dem Aktienmarkt. Die Leute verstehen jetzt erst wieder, warum Toyota so krass gewesen ist mit diesem Hybrid. Und dass das jetzt erst wieder ankommt in dem deutschen Markt, wo Mercedes sagt, ey, vielleicht gehen wir doch Richtung Hybrid. Ist okay, sehen wir eins. Dass das jetzt erst kommt, finde ich so schade, weil eigentlich hat ja Deutschland von diesen Innovationen gelebt. Ja. Wir könnten schon zehn Jahre weiter sein in der Hybridtechnik. Hätten wir da einfach mal gesagt, ey, komm, scheiß was drauf, wir gehen das Risiko ein. 1900 schlag mich tot. 70, 80, da wurden schon Motoren, andere Motoren entwickelt. Absolut. So. Was ist denn mit den Leuten passiert, die diese Patente, beziehungsweise diese Motoren gemacht haben? Wie gesagt, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich kann auch nur das wiedergeben, wo ich mich halt ein bisschen tiefer interessiert habe. Alle sind gestorben. Die können alle Motoren bauen, aber die können alle kein Auto fahren, oder? Die können alle kein Fahrrad fahren, die können alle nicht schwimmen, so, weißt du? Es ist super interessant. Das Rabbit Hole, wo man da ja dann tatsächlich auch eintritt, das geht sehr tief. Ja. Ich bin ein absoluter Fan vom Joe Rogan Podcast und ich finde es sehr interessant, was für Leute der einlädt, mit wie vielen unterschiedlichen Ansichten, Meinungen, Erfahrungen, you name it. Und gerade die Themen sind halt einfach stark behaftet von, ja, du bist ein Verschwörungstheoretiker, weil du nicht, und da finde ich nicht mehr unbedingt das glaubst, was die Masse glaubst, sondern einfach etwas so aus so einer, ja, oh heile Welt, Vernunft-Bubble. Genau. Ja, und, also, finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Ich schließe das immer so rund mit, das nächste Mal, wenn du glaubst, dass die Regierung das nicht machen würde oder wenn ein Land das nicht machen würde, doch. Definitiv. Doch, guck einfach mal zurück ins Zeitalter von, wo wir noch nicht so stark alles dramatisieren konnten mit Social Media und jeder posten konnte, was jeder irgendwie verbreiten kann. Bro, egal wo du herkommst, dein Land hat richtig Bullshit an den Tag geweckt und, keine Ahnung, Amerika oder so, bestes Beispiel. Ja, exakt. Aber eine Frage stelle ich euch beiden. Seid ihr käuflich? Wofür? Einfach, freischlauz, einfach antworten. Also, ganz ehrlich, absolut ja. Okay. Also, am Ende des Tages, am Ende, also, ja. So, um was regiert die Welt? Geld. So, und dann einfach mal überlegen, wer hat das meiste Geld? Und dann weißt du auch ganz genau, wer die Fäden zieht. Das ist überall so. Auch ein lustiges Thema, entweder du gibst jemandem ein Gesicht und lässt die Menschen in dem Glauben, es wäre exakt diese Person oder du gehst ein bisschen tiefer. Weil, wenn du nachrechnest, stellst du fest, okay, der hat zwar so und so viel Geld, ist in dem Forbes-Magazin ganz oben. Und was ist mit einem ganz anderen Geld? Mhm. Wer hat das? Und sobald Banken von Privatmenschen regiert werden, weißt du direkt Bescheid, alles klar. Ich will das heute so und dann passiert das heute so. Wie du es machst, mir scheißegal. Und dann werden Leute eingestellt, die das umsetzen. Von den ganzen Politikern. Das könnt ihr gerne alles nachgucken. Das ist kein Gelaber, was ich hier mache. Ähm. Guck mal, wer für die Politiker A, die Reden fertigt und B, wo diese Personen vorher gearbeitet haben. A, guck dir einfach nur die Namen an. Aber das finde ich interessant, weil da bin ich tatsächlich gar nicht dran. Hm? Guck mal Begriff, äh, ne, neue Jugend, äh, Ghostwriter. Natürlich, hast du überall. Okay, das finde ich toll. Du denkst, irgendein Sänger hier heutzutage schreibt seinen Song selber? Nein. Ganz selten. Also da muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, ne, was ja immer so stark verteufelt wird, die Leute so richtig aus der Rund, die schreiben ihre Texte selber. Ja. Aber dafür hören sich halt auch alle gleich an. Ja. Also da geht's immer um Drogen, Waffen, Frauen, Waffen, Drogen. Ja. Und nochmal. Und dicke Karre. Ja, und Elikopter. Jetzt sagst du, das ist ganz witzig. Das war ja ein Musikvideo von einem Rapper. Ernsthaft? Ja, jetzt vor zwei Wochen, glaube ich. Welcher? Hasuna. Ah, da bin ich raus. Das ist auch echt wie Ragnar. Hä? Deutscher? Das ist Deutschrapper, ja. Krass. Das sehe ich aber auch in einem 137-Video. Echt? Hm. Total. Du kennst das an der Civic-Video oder so. Ja, ja, klar. Auch komplett, voll abgeräte Karren dann. Ja. Die Jungs sind halt auch witzig. Ey, die sind, was ich mitbekommen hab, die stehen total auf Tuning. Ja, und nochmal. Also voll, ne? Also wenn du dir die Karren von Bones und Jesus anguckst. Wir bauen ein Auto für Bones. Cool. Der Falk und ich, der hat gesagt, du, ich brauch mal deine Hilfe. Ich hab da so eine Idee, hab da mit Bones gesprochen. Der möchte dann, dass wir dem Auto bauen. Ich brauch mal deine Kontakte. Wolltest du mir komplett abgeschweift. Boah gestiegen geblieben, Moment. Ja, wir waren sowieso bei dem. Ich würde sagen, wir gehen von politischen Farben mal zu der einzigbaren Farbe hier jetzt. Zu dem roten hier. Ja. Ich mein, was hat dich da jetzt eigentlich komplett zu verleitet? War das wirklich der Ansporn mit deinem Dad zu sagen, ey. Das Auto so zu machen? Genau, ja. Wir wollen das AMS-tauglich machen? Boah, ich war schon damals immer richtig gestört als kleiner Junge. Das fing, glaube ich, schon so mit drei Jahren an, wenn nicht sogar noch früher. Ach krass, okay. Also es war, also ich hab Videos noch so, ich kenne auch diese alten, dicken Dinger, die man so in den Automaten, also... Ja, ja, ja. Das ist jetzt keine DVD, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Boah. Das sind am Ende des Tages sind das ja... Doch DVDs, ne? Doch, DVDs. Aber die sind dicken halt, ne? Ja, 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 genau. Wenn du die reinschiebst, so richtig... Genau, ja, genau. Das ist so ein Geräusch wie bei einer G-Klasse, wenn du die Tür zumachst. Da hat keine Lieferung. Vor allem, wenn die Tür nicht zugeben. Jau, ja. Heißen die so? Ja, VHS. Ich glaube schon, ja, VHS, ja. Ja, das war noch davor, ja. Das ist schon... Ja, und da fing das an, ich hab das vor kurzem mit meiner Mutter, der sagt die, die so, guck mal, hier, was ich da gefunden hab. Und die hat wirklich noch so ein altes Gerät, das haben wir dann irgendwo aus dem Keller rausgeholt. Und dann hing ich da wirklich so halber, weißt du, das Spielzeug, kennst du noch die Siku-Autos, diese kleinen? Klar, ja, hab ich auch noch. Und meine Mama, die hat mir, also ich war halt schon von Anfang an, das kommt auch von meinem Papa, der war auch so... Er war halt nicht so extrem im Tuning, so, er war dann eher so verbessern. Es hat sich so einen eigenen Unterfahrschutz gebaut mit gewissen... Das muss praktisch sein. Genau, es muss praktisch sein. Das muss aber auch cool sein, es muss sein, was niemand hat. Das hab ich so von meinem Vater vererbt. Und dann hat meine Mutter mir damals immer diese Siku-Autos gekauft, so mit drei, vier Jahren schon. Da hab ich so rumgespielt mit. Dann hab ich irgendwann mal so ein Edding bei meinem Vater gefunden. Dann hab ich noch ein Edding bei meiner Schwester gefunden. Und dann war das Auto halt von einmal rot oder blau. Was vorher halt weiß oder schwarz war. Und dann hab ich irgendwann den Schraubenschlüssel. Ich wurde dann älter, bin dann vier oder fünf geworden, hab dann so einen Schraubenschlüssel gefunden bei meinem Dad. Dann hab ich so, oh, die Dinger kannst du ja unten aufschrauben. Hab dann die Sitze von dem einen Auto ins andere Auto geklebt. Mit Sekundenkleber hab mir dann meinen Finger festgeklebt, das werd ich auch nicht vergessen. Ah, auch gut. Und so ging das dann immer weiter. Und die Spielzeuge wurden dann immer größer. Da kam irgendwann mal so ein richtiges Highlight. Da hat meine Mama mir so ein Porsche, so einen originalen Porsche gekauft, so einen kleinen. Ich weiß gar nicht mal, was das war. Doch, ich weiß ganz genau, was das war. Ein Bahn 911er, 4S. Und meine Mama hat es so wie gesagt, du darfst das Ding niemals umbauen. Du darfst nichts an dem Auto spielen. Das ist einfach so ein Auto, stellst da vorne hin und dann sieht dein Zimmer. Mit Schienhaus quasi. Deko-Auto, genau. Ich guck meine Mama an, hab dann so ein bisschen rumgespielt und hin und her. Und irgendwann dachte ich mir so, die Felgen sind silber, die können schwarz einschauen. Ja, mit den Felgen erst mal schwarz gemacht. Geil. Wie gesagt, man wird älter und dann fängt man an. Okay, der Papa hat ja dann im Keller auch so eine schwarze Sprühdose. Man könnte das Auto ja auch mal eine andere Farbe lackieren. Einfach mal drüber gesprüht im Zimmer. Ich weiß nicht. Ich weiß, was ich für einen Anschluss dafür gekriegt hab. Und ich weiß auch, wie mein Vater sagt, wenn du das mal machst, wenn du groß bist, dann wirst du sehen, was das für eine Scheiße ist, die du da angestellt hast. Papa. Nee, wie gesagt, das fing dann halt schon echt klein an. Meine Mutter, die haben zwar halt echt toll, meine Eltern standen dann immer so hinter mir. Ah, cool. Natürlich ist es halt auch immer so, dass du mit so Autos halt auch immer Probleme mit der Polizei haben wirst. Das ist halt leider so. Ich bin für vieles auch selber viel verantwortlich. Will ich mich gar nicht freisprechen. Ich hab auch viel Scheiße gebaut. Was auch nicht korrekt war, wo ich definitiv auch die Verantwortung für übernehme. Aber das Wichtige ist immer, das sage ich, ich bin froh, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil ich irgendwann halt ein wesentlich besserer Vater sein kann und sagen kann, mach die Scheiße erst gar nicht. Komm gar nicht erst in die Situation. So, erspar dir den ganzen Mist. Geh gewisse Dinge cleverer ein. Die Erfahrung, die wir beim Tuning jetzt zum Beispiel haben. Ich mach zum Beispiel nie was, ohne vorhin mit dem TÜV zu sprechen. Ich frag den TÜV, geht's klar? Können wir das machen? Ja? Nein? Wenn er sagt ja, dann baue ich's ein, hab direkt einen Termin, fahr da runter und fertig. Das hab ich früher zum Beispiel nie gemacht. Dann hat man immer so mit der Aufnung gelebt. Aber wenn die uns nicht kriegen, dann doch. Rechnest du dir so ein bisschen vor, so, okay, die Straf kostet 35 Euro. Wenn du dich jetzt viermal erwischen lässt, dann hast du immer noch Geld gespart. Und als dazu, du hast halt auch keine Kohle. Ja, und dann, wie gesagt, es ging immer weiter, weiter. Dann irgendwann fing es an mit Roller. Also man wird dann irgendwann so 14, 15. Ja, Rollerphase, die hab ich leider geskippt. Also da, ich bin auch von da. Wir haben heute tatsächlich, liest du im Hintergrund vielleicht, weißt du, ich glaub, das sieht man gar nicht auf in der Kamera. Ja, den selben Ort hab ich auch gehabt. Ja, den haben wir auch heute vor vier Stunden oder so wieder ins Laufen gebracht. Ja. Aber die hab ich geskippt, ich bin direkt zum Moped. Du wirst jetzt klar, wenn ich mein Handy raushole und ich jetzt eBay-Kleinanzeigen öffne, wirst du sehen, dass ich nach Rollern geguckt hab. Ja, geil. Kein Scheiß, weil ich mir dachte so. Aber so die 300er-Roller oder so ganz viele Roller? Nee, noch die 50er. Ja, geil. Ja, also natürlich kommt da ein 70er rein, 70er-Sportler. Aber ich wollte, ich hab da so eine Idee im Kopf. Alle Autos, die ich hab, alle Motorräder, die ich hab, alle Fahrzeuge, die ich hab, in genau einer Farbe. Ah, okay. Ah, das ist crazy. So ein bisschen wie, boah, wie heißt der jetzt nochmal? Die war mit dem Bugatti und so? Nee, der hat einen RS4 B5, einen R35. Ach, hier, ja. LR34 schon mal entschuldigt. Mega geiler Auto. Ja, genau, hat auch Alex von erzählt, der wohl auch sehr viel sein R34 fährt. Ja, der fährt den richtig viel. Das feiere ich richtig. Ich lese das auch bei den Kommentaren, der wird immer so gehatet. Du kannst doch nicht so ein Ding fahren. Er macht's richtig. Ja, absolut. Natürlich, also. Das musst du dir immer so vorstellen. Du hast eine Frau und denkst dir so, die lachen da schon. Ich stell's dir vor, ja. Du hast keinen Spaß mit der, weil du dir denkst, der nächste, der darf dann mehr Spaß mit der haben. Ist doch scheiße. Ja, das passt, ja. Wenn's kaputt geht, reparieren wir. Das ist wieder Beziehung. Wenn du dich streitest, verträgst du dich. Ja, ja. Ey, was hat der Schöne? Das ist einfach, Baby. Ist das? Das musst du dir nur so einfach vorstellen. Es ist ein Fahrzeug, kein Stehzeug. Genau. Das soll ich so sagen. So sieht's aus. Das hab ich jetzt mal eiskalt geklaut. Weiß nicht von wem, aber ja, von Kutius. Habt ihr das mitgekriegt, wo ich mal einen LKW gezogen hab? Ja, tatsächlich. Das hab ich gesehen. Das war das erste Video, wo ich... Boah, das hab ich, glaube ich, sogar in den Nachrichten gesendet. Das war sogar in den Nachrichten. Ich mein, ich hab mal ein Video gesehen, wo so ein A6-Kombi oder so was mal einen LKW gezogen hat. Das haben die in den 90er-Jahren schon gemacht. Ja, auf jeden Fall. Das hab ich mal gesehen. Dann hab ich das in den Nachrichten gesehen. Da dachte ich mir so, boah, geil. Ich weiß ja, so ein RS3 ist jetzt nicht so ein Riesenschiff. Und klar, da gibt's jetzt wieder 10.000 Leute, die so, das ist fake. Aber der hat doch nur und bla, bla. Das hat gar nichts mit der Leistung zu tun, ich glaub, die Leute... Also, das Wichtige ist, du musst immer differenzieren zwischen den Leuten, die das kommentieren. Also, ich bin manchmal so, ich hab dann so abends manchmal so die Zeit, oder ich lieg in der Badewanne und dann geh ich mal so die Kommentare durch. Ach, so alte Kommentare. Und geh dann auf die Profile von den Leuten. Und dann guck ich mir die Leute an und ich seh, okay, die können genau eins, ihren Namen tanzen. Das war's. Warum soll ich dann eine Diskussion mit jemandem anfangen, der nicht mal logisch überlegt? Und dass ich einen 40-Tonner nicht komplett alleine gezogen hab, gibt ja Sinn. Es geht ja auch nur darum, den zu unterstützen. Er war festgefahren und ich sag euch, das Video lief länger wie drei Minuten. Das lief locker eine Viertelstunde, bis wir dann irgendwann diesen Knackpunkt gekriegt haben, dass der LKW mal ins Rollen kam. So, du musst das Ding einmal anholen. Ja, genau, absolut. Klar, bin ich dann weiter auf dem Gas geblieben, damit da keine Unterbrechung stattfindet. Und ich bin natürlich auch voll auf dem Gas geblieben, weil das Einzige, was dann verschlissen wird, sind dann die Reifen. Ja. Was die da auch nicht wissen, alles an dem Auto ist verstärkt. Alles. Motor, Antrieb, Strang, Getriebe, alles ist verstärkt. Das Witzige ist, ich mach das seit drei Jahren, jeden Winter. Vorher hab ich nie was gepostet. Nachdem ich's gepostet hab, hieß es dann, ja, das Auto ist kaputt, das Getriebe, RIP-Getriebe, wie kann man so dumm sein, wie kann man ein Auto so quellen, die ganze Karosserie hat sich verzogen. Ja, aber du weißt, was ich auch mache. Nachdem die ganzen Kommentare hab, ich hab gesagt, weißt du was, ich hau jetzt mal so ein stundenlanges Video raus. Ich bin mit einem Kollegen in die Halle gefahren und hab gesagt, so, wir messen jetzt einfach alles durch. Wir messen jetzt alles durch. Ich will wissen, ob wirklich, ob irgendeiner von diesen Kommentaren recht hatte. Und ich bin ein Typ, wenn die recht haben, haben sie recht. Da steh ich auch dazu, weißt du, so kein Problem. Weißt du, was kaputt gegangen ist? Nichts. Weißt du, wie viel Profil an den Reifen runtergegangen ist? Nichts. Weil einen Tag vorher kamen die neuen Winterreifen drauf oder zwei, drei Tage vorher. Nichts, minimal, so ganz, ganz wenig. Ja, eigentlich fahren halt. Das sind die Reifen auch, ne? Ihr könnt selber gucken. Ihr könnt von dem Video gucken. Ich hab sogar am nächsten Tag eine Story gemacht. Das sind exakt die Reifen, die ich jetzt gerade noch drauf habe. Krass. Okay, das ist heftig. Ja, aber dann halt... Leute probieren einfach nichts. Die hören, denken und denken sich dann so, ach, das geht doch gar nicht. Der LKW hat mit Gas gegeben, ist ja klar. Nee, der drückt. Ja, ich spreche jetzt so. Wenn ich dann so lese, boah, was ist das für ein Seil? Ich will auch so ein Seil kaufen. Witziger Kommentar an der Stelle. Aber, wie gesagt, das Seil zieht ja nicht nur 40 Tonnen am Stück. Aber wenn eine Frau bei DSF ein LKW zieht, dann ist es okay. Ja, dann ist es... Es ist ja... Ja. Also klar. Das ist klar. Macht Sinn. Nein, aber ich fand das Video an sich schnell. Also ich mag generell solche Videos. Keine Ahnung. Es ist ja immer, wenn der Winter kommt, dann haben auch immer die schönen TikToks und Instagram Reels. Und das finde ich immer so geil. Also ich bin ja jetzt auch seit... Kommen wir mal kurz anschneiden. Ich bin jetzt seit Donnerstag offiziell glücklicher Besitzer eines Quadros. Glückwunsch, Bruder. Und... Ich hab vor zwei Jahren, als ich mir den A4, den ja ein paar Leute von euch kennen, gekauft hab, der jetzt auch hier vor der Tür steht, der blaue, hab ich halt immer eigentlich von einem S4 geträumt. Und ich wollte immer einen S4 B5 Kombi. Das war das Auto, was ich wollte. 2,7 Liter V6 Biturbo. Am besten noch ein bisschen gemacht. Schön Handschalter. Ähm... In einer dunklen Farbe, ne? Also grau war dann doch schon so der Favorite. Oder halt so in die Richtung, ja. Irgendwann ist es halt Antrazid. Ja. Und... Dann hab ich jetzt... Hab ich irgendwann halt gesagt, alles klar, jetzt hab ich das Geld. Also es gibt mir jetzt keine Nackenschelle, wenn ich das Auto kaufe. Und wenn aber irgendwas anderes ist, dann ist das halt so. Gesucht, gesucht, gesucht. Im Januar dann irgendwann hat er das Auto gefunden, angucken gefahren, klassisch Prozedere. Und dann kam erst mal, ne? Wie das halt so ist, bei mir auf der Arbeit. Ey, übrigens, wir haben jetzt das, 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 das. Und hier bist du im Ausland und das musst du jetzt alles machen. So. Ich dann irgendwann so, okay. Überhaupt keine Zeit. Einen kompletten Monat gewartet. Ihm halt dann dem Besitzer eine Anzahlung geben. Ich so, ich werd mich auch irgendwann melden. So, ne? Ich kann ja auch gerne ab und zu mal ein Bild schicken, wo ich dann bin. Damit ich, du weißt, ich verarsche dich nicht. So, ne? Eher so, okay, alles klar. So, dann hab ich gesagt, so, ich komm jetzt von der Reise wieder, hab mal wieder eine Zwei-Wochen-Periode, wo ich in Deutschland bin. Jetzt kauf ich das Auto. So, mal ein bisschen angucken, Kurzzeitkennzeichen besorgt. Dann hat erstmal nichts funktioniert, weil er so lange stand. Ja, gut. So, und dann ein bisschen gefahren, gefahren, gefahren. Irgendwann hat er dann funktioniert. Ja, und dann auf dem Weg hier hin, das ist einfach, und das muss ich einfach sagen, das ist einfach geil. Die Karte wiegt wirklich recht wenig. An dem ist auch sehr viel gemacht. Ja. Der Motor-Technik auch wirklich ordentlich. Schönes Auto. Und, äh, Dankeschön. Und der Wagen, der zündet unfassbar gut durch. Also, ich bin gestern meinem Kumpel auf, ähm, Ausfahrt zwischen, und das kann ich ja sagen, weil das ist unbegrenzt, von Euskirchen nach Ausfahrt Wisskirchen, äh, haben wir dann mal offiziell die 300, so. Aber es geht ja noch viel mehr, ne? Ja, da geht, also ich bin... Also hast du nicht versucht, die Höchstgeschwindigkeit zu machen? Ich bin gerade, nein. Nee, also du schaltest, äh, bei 280, schaltest du vom Fünften in den Sechsten. Und dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, ne, das war halt für mich halt einfach, äh, wir, wir, äh, wir, 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 quasi, wir probieren die Technik aus. Genau, ihr habt ja einfach mal getestet. Genau, ich muss ja sich wohlfühlen im Auto. Ja, und, äh, ich hoffe, ihr habt das alle verstanden. Ja. Und, äh, ja, wir sind dann halt nachher, äh, wir sind dann von der Autobahn gefahren und, äh, ja, dann, wie es halt sein musste, fing halt erst mal auf einmal alles an zu piepsen. Ich so, okay, alles klar. Das war eine sehr schöne Fahrt. War eine Freude. Äh, genau. Ist dann nur die Lichtmaschine abgeraucht und dann, äh, gut, wie es halt sein soll, ne, auf dem Rückweg, hast du dann gemerkt, ne, das war drehzahlbar abhängig das Problem. Und dann, äh, ja, immer wieder ab und zu mal kamen dann, die, sind die Programme hoch und runter gefahren, ne, ABS und hier und da, da war nicht genug Spannung. Dann sind wir hier reingerollt und jetzt, äh, vielleicht sieht man das ja im Hintergrund, sieht man das im Hintergrund, ja, äh, steht halt jetzt im Hintergrund mit, äh, alle möglichen ab. Grüße gehen und das mal sage ich jetzt einfach, weil es ist so, Grüße gehen raus an Dederichs. Nicht, weil ich heute Morgen um 8 Uhr aufgewacht bin, weil ich unbedingt angerufen hab, ja, wir haben das Teil. Nichts gegen die Mitarbeiter. Was brauchst du denn? Äh, ne, ja, eine Lichtmaschine, Alter. Hättest du mich mal angerufen. Ne, ja, gut, scheiße. Doch. Dann, ich total, ne, weil ich unbedingt den Magen eigentlich morgen fahren wollte, ähm, da hingefahren, denkst du, okay, geil, ne, dich noch angeschrieben, ich so, okay, wir machen halt heute eine Lichtmaschine, tauschen, geht ja easy, also, ging jetzt auch so, geht so easy bei dem Auto, weil das total verbaut ist, aber haben wir dann hinbekommen, so, und er dann guckt dann auf die Lichtmaschine, guckt auf die neue. Das passt nicht. Ne, wie, das passt nicht. Ich, gerade Unsummen an Geld für eine scheiß Lichtmaschine ausgegeben, die haben meine Fahrgestellnummer da eingegeben. Ja, irgendwann kamen halt Updates, ne? Ja, ja. Sieht vielleicht optisch so aus, dass ich das nicht fassen würde, aber besser kommt noch. Okay. Ja, und dann sind wir da am rumfummeln, bla, 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 ich guck dann auch noch irgendwie, dann rufe ich noch bei anderen Händlern an und sag, ja, gibt's hier noch irgendwas? Ne, natürlich haben wir hier, wir sind halt in Deutschland, Grüße gehen da wieder nicht raus, Samstag um 13 Uhr hat ja hier alles zu, ähm, ja. Ausgebaut, geguckt, dann ist überhaupt nicht derselbe Apparello und dann gucke ich online, das ist das Scheißding für den Diesel. Das ist eine komplett andere Lichtmaschine. Also, ob es auch funktioniert. Hm? Ob es auch funktioniert. Ja, aber die Anbindpunkte von den Schrauben sind komplett woanders. Das ist so das Scheiße. Ja, und ich habe dann, ne, wir haben dann halt gesagt, so, ja, okay, was machen wir jetzt? Kabel, nein. Genau. Und dann dachten wir erst, okay, ja, vielleicht irgendwie ein bisschen auf Knacks, aber dann haben wir auch gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf und ich finde es einfach komplett ärgerlich, weil jetzt dieses Auto widersteht. Hast du mehr Zeit, um noch Teilen zu googeln? So sieht es auch. Also, es war bei mir immer so, ich nehme das immer so als Ansporn, okay, kann es gar nicht bewegen, dann suchst du noch irgendwas Neuem, was du da einbauen kannst. Ich weiß momentan nicht, ehrlich gesagt, also bei dem Auto bin ich so fast. Da brauchst du auch nicht viel, du hast auch genau die richtigen Felgen für das Auto. Also, meiner Meinung nach, es hat alles Geschmackssachen, ne? Also, du hast den wahrscheinlich, du hast ja noch nicht von innen gesehen, also was ich total geil finde an dem Kombi, ist, dass er nur zwei Sitze hat. Echt? Ja, also hinten, die Rückbank ist komplett leer, da ist einfach nur eine Bar drin. Mhm. Mit diesem, du hast das auch, das ist, ich weiß nicht, Fassbegriffe nicht, da ist da so ein Netz drin. Da kommt jetzt mal etwas Neues von uns. Ah, sehr nice. Und vorne zweimal Vekaro Pole Position, schön, das ist ja die originale Blue Carbenausstattung. Mach mal einen richtigen Sleeper aus der Karre. Ja, und das ist er halt jetzt mehr oder weniger schon. Also 550 PS, dann entsprechend 700 Newtonmeter. Und, also, da muss wirklich was kommen. Also, bist du nicht im Winter gefahren, ne? Du wirst so ein fucking Spaß haben. Das wird unfassbar. Also, ich freue mich. Du wirst ganz viele LKWs ziehen. Der hat eine Scheibenkupplung drin. Okay. Und für mich war das jetzt so, gestern so, da habe ich zu den Jungs gesagt, ey, weil das jetzt kommt noch ein Bonus, der Anlass ist im Arsch. Das war so ein Thema, als ich den abgeholt habe, er so, ja, Anlass ist im Arsch, geht nicht, weil es so lange gestanden ist und es ist halt super scheiße, den Anlass auszumachen. Boah, dann wird, je nachdem wie lange der stand, wird auch noch einiges kaputt gehen. Aber das ist, stell dir das einfach so mal. Aber da hast du nicht gerechnet. Du hast eine Beziehung. Ja. So. Das ist deine erste Streitigkeit mit deiner Freundin. Ja. Was machst du? Machst du direkt Schluss? Schluss. Schluss. Ciao. Nein, ich sehe das immer so, so wie so mit einer Ehe. Weißt du, man streitet sich, dann läuft es halt mal scheiße, dann versuchst du es wieder und dann, man muss halt immer, wenn man wirklich was liebt und das sage ich und ich kann mich jetzt jeder ausdachen, wer will, ne? Aber ich liebe das Auto auch, weil ich halt auch so viel mit dem Auto erlebt habe. Gutes wie schlechtes. Aber wir haben es am Ende immer durchgestanden. Und umso mehr Spaß wirst du an dem Auto haben. Ich bin ein Typ, ich habe ein Auto nie länger wie vier Monate gehabt. Okay, sechs. Das ist das erste Auto, was ich so lange habe. Keine Scheiß. Klar habe ich da zwischendurch immer was dazugeholt oder so, mal zu spielen oder so. Aber so die wahre Liebe war immer so der. Ja. Ja. Und das wirst du auch haben mit dem. Vor allen Dingen mit dem, dass du nämlich ein zeitloses Auto machen hast. Ja, ich habe halt einfach irgendwann dann auch gesagt, jetzt gerade auch jetzt bei einem Anlasser-Problem, dann saß ich hier auf der Couch, war halt super abgefuckt und habe halt auch gesagt, aber ganz ehrlich, vor vier Tagen hätte ich mich auch einfach gefreut, dass der Wagen hier steht. Ja. Einfach, weil ist halt jetzt so. Hashtag ist so. Das ist eine Sache, die man immer wieder einfach akzeptieren muss. Besser aus der Situation. Das ist der Spruch, den du von meinem Chef am häufigsten hören wirst. Hashtag ist so. Was willst du denn jetzt machen? Wollen wir sitzen und hier jetzt einfach Nächste. Absolut, 100 Prozent, gebe ich dem Recht. Ist das so. Ich habe auch noch die Autos. Wenn du das deine Zeit mit Bullshit dann in dem Moment. Du kannst es sowieso nicht erinnern in dem Moment, da ist das Scheiß drauf. Ja. Und war bei dem auch so. Also jeder, der hier sitzt, weiß, dieses Auto hat mehr Zeit auf der Bühne verbracht als jedes andere Auto. Meiner? Ne, mein anderes Auto steht da. Achso, der da draußen steht. Ja, ja. Und bei dem wird dort wahrscheinlich nichts anderes. Aber ja, Sleeper, ganz wichtig, will ich unbedingt haben. Also keiner soll wissen, also gut, der ist halt jetzt, ne, absolut. Überhaupt nicht leise. Aber keiner soll wissen, was der dann wirklich kann. Habe ich viel Bock drauf. Ich denke, wir hängen sich ja noch pervers geil an. Wow. V6, ne? V6, P2. V6, P2, ja. Wow, das ist plötzlich. Also die Abgasanlage, die der Vorbesitzer da runter gemacht hat, das ist wirklich, also der hat da unfassbar gute Arbeit geleistet. Und das ist nicht zu laut, aber auch nicht, ne, auch nicht zu leise. Und das ist ein Schiebedach. Ja, genau. Geil. Und Dachstab. Ey, da brauchst du Dachboxdinger. Ne, aber eigentlich geil. Und der ist auch wirklich, also leider ist er jetzt gerade auf der Bühne, aber der hat einen V3 drin. Hammer. Und der ist bohlen tief. Also der ist tiefer. Ich kann mir das schon vorstellen, ich weiß, wie die Dinger aussehen. Ich finde das Auto, sage ich dir ganz ehrlich, auch mega schön von innen. Ich weiß nicht warum, aber es gefällt mir. Ja, aber es ist total zeitlos. Und der hat das auch genau richtig gemacht. Das ist dann so ein bisschen Alcantara mit gelbem Stitching, überall so kleine gelbe Akzente. Der Schaltknopf, auch vom alten R8 V8, ist direkt schön obendrauf positioniert. Okay, dieses Aluminium-Ding da. Ja, genau, richtig. Von der Haarschaltung. Genau, und das ist einfach alles perfekt. Also für mich ist das ein absolutes Traum-Auto. Und ja, Audi halt, ne? Audi. Ja, geil. Aber Rennlizenz, wie gelangst du das? Ich habe es angeboten bekommen. Ach so, ja. Ich musste Führerschein lange abgeben. Ich wollte aber trotzdem Auto fahren, du kannst es legal machen. Auf einer Rennstrecke. Was brauchst du dafür? Eine Rennlizenz. Ja. Fertig. Das ist ja eigentlich ein sehr geiler Grund. Ja, das ist ein absolut guter Grund. Und jetzt mussten wir überlegen, selbst die Polizei zu dem Zeitpunkt, die wollten mir ja so ans Bein pissen. Die haben mich dann einfach angezeigt und haben es versucht, mich anzuzeigen. Ich habe es dann natürlich über, man kennt ja, der eine kennt den, der kennt den, der kennt den. Und irgendwann kriegst du dann raus, okay, einer hat was versucht. Fahren wegen Fahrerlaubnis, wollten sie Anzeige schreiben. Ah, okay, ja. Falsch, Kollege. Track Day. Ja. I'm Bradworth. So. Nicht schlecht. Wie kam es bei dir eigentlich zu der Dachbox? Wie kam es zu der Dachbox? Joe Losen Design. Also da einfach wirklich... Ich habe so eine kleine... Pass mal, das ist eine witzige Geschichte. Mein Vater und ich, wir sind uns in vielen Sachen komplett... Wir sind da komplett unterschiedlich. Was viele Sachen anbetrifft. Aber eine Sache habe ich irgendwie von ihm. Ich kann es auch selber nicht beantworten. Mein Vater sagte immer zu mir, egal wo du hinfährst, du brauchst immer Werkzeug. Das schon. Brauchst immer irgendwas auf Ersatz. Kann ja immer was passieren. Früher habe ich immer gedacht, ach, der labert nur. Lass den alten Mann mal reden. Dann fährst du irgendwo mal hin zu irgendwelchen... Typen, die du bei Facebook kennenlernst. Mit Anschaften. Genau. Und dann auf dem Weg, dann kackt dir die Karre ab. Ja, dann stehst du da. Dann wartest du fünf Stunden auf dem ADAC und hast kein Auto. Und dann bist du abgefuckt. So, und da ich das Schrauben dann halt natürlich sehr früh schon beigebracht, bekommen habe, schaffe ich sie auch in Reifen zu wechseln, ja? Oh ja. Nicht schlecht. Und die Kerzen zu wechseln, schaffe ich auch. Boah. Eventuell schaffe ich es auch mal im Motor rein- und rauszutun. Könntest du ja schon fast bei ATU anfangen. Ah, noch nicht ganz. Obwohl, ist das das perfekte Vorzeigebild für ATU-Ti. Und den lese ich auch ganz oft in den Kommentaren. Wenn die wüssten. Wenn die wüssten. Also ich habe alle Belege dabei, hier für diesen Podcast. Kannst du mal auch zusammenrechnen, was das Auto gekostet hat bis jetzt. Wenn ihr wollt, können wir das gemeinsam mal durchrechnen. So im Sitzen. Das ist eine sehr gute Idee. Also das Basisauto hat 79.000? 79.800 Euro. Okay. Also runden wir das mal auf auf 80.000, weil ich schon schlecht bezahle. Okay. Dann sage ich mal, für den Motor hast du 15 angelegt. 20? Mehr? Hast du Kopf und so auch gemacht, oder? Der ganze Motor ist ein anderer. Ah, weiß ich. Also ich habe noch den Originalen auf Reserve zu Hause. Okay, also dann ist am Ende des Tages, also von den Regionen, dann kann das 30, 40, so ein Drei. 28 hat der Rohr. Pass auf, ich wollte mir einen bei, kennt ihr Bartek? Ja, klar. Wollte mir einen bei Bartek kaufen. Ich habe gesehen, die haben hier so einen kompletten Umbau, Standhaft bis so und so viel PS. Ich habe da mal angerufen, habe gefragt, so ja, wie sieht es aus? Wie lange dauert das? Das ist, ja, wie gesagt, Wartezeit, da bin ich gar kein Freund von. Ebay Kleinanzeigen. Ja, einer bestellt so ein Ding, gekauft so ein Ding, aber dann private Probleme, irgendwas war da, ist mir auch scheißegal. Ich wollte den Motor haben. Ich steigen gefahren und gesagt, wie sieht es aus, kann man da was machen? Ja, 28 kannst du den haben. Ich wusste, er ist im Netz für 36 inseriert oder irgendwas war da. Mitgenommen, nach Hause, am selben Abend, wo wir den geholt haben, eingebaut. Getestet. Da war aber der Lada nicht dabei. Kolben und Pleule haben wir auch andere reingemacht. Ja. Die waren von Iros. Also, ja, klar, der ist ja in Amerika. Genau, alle schwören darauf. Ich sehe, die Jungs fahren da unten. Ich habe einen Kollegen in den USA, der fährt auch einen RS-3 mit 1300 PS. Ja. Und der hat zu mir gesagt, Digga, ich fahre die Dinger und ich sehe die Videos von dem. Ich sage, wie oft ist der geflogen? Ich glaube, einmal, wenn überhaupt. Oder irgendein kleiner Schaden war mal da dran. Aber der fährt ja auch. Next Level, ne? Ja, und dann Lada rein, fertig. Okay, krass. Dann natürlich eine andere Ansaugung geholt. Und dann einen Ladenluftkühler geholt und, 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 und. Aber ich kann dir sagen, Motor mit allem kleinen Schnickschnack mit, sagen wir einfach mal, 30 Motor. Turbolader, bist auch nochmal vier los. Ja. Ist dann mit dem Krümmer zusammen. Ansaugung, 3,3. Ladeluftkühler, 1,8. Zahlt den dann da mit? Also so ungefähr 8 und 3. Der erste Zahn, Mann. So, da bist du nur für Motor, dann Abgasanlage, HJS-Downpipe mit OPF. Liegst du bei 3,4, 3,6, glaube ich. Boah, da hätte ich fast sogar schon mehr gedacht. Ne, 4,3. 4,9, genau. Liebe Grüße an Grail, dankeschön. Habe ich auf den Nacken von Grail gekriegt. Ah, sehr gut. Aber machen wir sehr geile Abgasanlagen. Die sind super korrekte Jungs. Ich meine, wir hatten auch bei uns einen in der Gruppe, der gezwungenermaßen mit Grail fahren musste. Thema Hellcat. Hier gibt es keine geileren Auspuffanlagen. Ja, aber die müssen ja die Abgasanlagen bekommen, damit die in Deutschland zugelassen werden. Wenn du die aus den USA importierst, stimmt. Ja, genau. Und dort war es ja ein Fahrzeug aus Ohio gewesen. Und ich dachte immer so, boah, so krass laut ist der nicht. Bis, und man muss ja dazu sagen, er ist halt immer sehr vorsichtig mit dem Fahrzeug gefahren, verständlicherweise. Bis er dann mal vor mir richtig reingelatscht hat. Und dann dachte ich wirklich, irgendwie zuckerst du jetzt in meinem Auto weg. Weil ich saß da ja auch noch in dem kleinen Jahres drin und hab, boah, alles vibriert, die Boxen vibriert. Ja, so V8 mal schnurrt, ne? Ja. Ja. Aber wir können gerne weitermachen, dann siehst du mal die ganzen Kosten. Maxenkit, was kostet ein Maxenkit aktuell? Einmal komplett ringsherum, ich sag einfach mal 1300. Was ist der Preis wert? Ja, ich schätze aber auch mehr. Sagen wir einfach mal 1300, kann auch ein paar Euros mehr sein, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. So, allein die Folierung, ich hab mal zusammengerechnet, was Folierung, wie oft ich das Auto umfoliert hab, da sind wir auch schon bei knapp 15.000, 16.000. Das geht schon, ja. Easy. Wenn mehr sogar. Bei mehr Folien. Die Folie ist scheiße teuer gewesen und scheiße zu folieren. Welche Firma? Weiß ich gar nicht, hat er bestellt, hat er mich anfertigen lassen, ich wollte unbedingt dieses Rot haben. Wann wurde das gemacht? Vor sieben, acht Monaten. Dann könnte es vielleicht sogar Innozotec sein. Ich bin aus jeden Fall aus USA und ich musste Zollgebühr mitzahlen. Ja, dann ist es safe Innozotec. Ja? Ja. Ja, weil der Glanzgrad ist geisteskrank hoch. Ja, ja, das ist halt. Ja, und die Innozotec ist bekannter für einen extrem hohen Glanzgrad zu haben und die sind halt super im Hype. Die haben halt, die haben teilweise, die haben ja ein F40, von ihr bei sich auf dem Stand. Also, die sind crazy. Aber ja. Ja, dann ganze Karosserie verbreitert. Hinten mit Türen. Also, der ganze Arsch wurde geschnitten. Rausgenommen. Zwischenteile eingesetzt. Zugeschweißt. Boah. Zugemacht. Ich kann euch auch gleich mal ein paar Bilder zeigen. Die Türeinläufe an den Seiten wurden mitgemacht. Das ist aussieht, das wäre das Original. Die Kotflügel sind ausgetauscht worden. Waren vorher Mücke gewesen. Hab mir dann einen Kollegen aus den USA welche geschickt. Dann hat mir ein anderer Kollege seinen Prototyp geschenkt, diesen Luftauslässe. Da hab ich da TÜV drauf gemacht. Dass ich da auch eigentlich mal Ruhe hab. Geil. So, wenn dir das alles zusammen recht ist, dann hast du da schon fast 18.000. Boah. Nur für die zwei Arbeiten. Das ist krass. Also, die TÜV kostet noch nicht mit bei. Innenraum, Sternehimmel gemacht. Die Rückschalen von den Sitzen wurden umgebaut. Zwei Tablets sind dann noch eingebaut worden. Mit denen du auch viele Sachen am Auto steuern kannst. Ah, cool. Ah, das ist sehr cool. Ja. Das ist echt cool. Hast du den Stern selber gemacht? Ja, den hab ich selber gemacht. Mit einem Kollegen zusammen. Das ist ja, mittlerweile ist das ja so ein Ding. Ich hab das aber vor Jahren. Wann hab ich das gemacht? Vor drei Jahren? Ah, okay. Also, war das noch gar nicht so im Hype? Nee, nee, nee. War das gar nicht so bekannt? Also, anderthalb Jahren oder so? Ping, genau. Tancho Sandero hast du ja inzwischen schon gemacht. Ja, und die ganzen Foliererbuden beten ja mittlerweile dann auch. Wir bauen ja Sternen und so. Bieten die an. Ich hab auch noch das Problem. Ich hab Panorama-Dach. Da musst du noch schön so drungen. Ah, ja. Aber war cool. War witzig. Schöne 17 Stunden Arbeit. Ja, das ist Pummelei. Aber manche bauen Lego. Du baust ein Dach eben. Genau. Jawohl. Ja, was kommt dann noch dazu? Lenkrad. Wenn du das Lenkrad, so wie ich das hab, so mit allem ganz offiziell, ganz legal irgendwo kaufen würdest. Ich hab mir das mal rechnen lassen. Vom Kollegen, der sagte 3.300 Euro. Wow. Habt ihr jetzt so ein Display drin? Nee, wollte ich nicht. Weil mit Displays, die kriegst du wahrscheinlich Probleme mit. Auch diese Lichter und so? Das ist das. Also, da wissen die Polizisten auch immer direkt Bescheid. Also, das ist zum Beispiel ein originales Audi RS Lenkrad, was umgebaut ist. Also, was nicht umgebaut ist, was in Stand gesetzt wurde. In Stand gesetzt wurde? Okay. Auch die Gurte hab ich mir extra anfertigen lassen. Die Fußmatten sind extra angefertigt von Sternen. Wer hat die Gurte gemacht? Der Autokorrektor, der Flo. Ach, okay. Der hat auch immer den Stand in Halle 6. Genau. Der hat auch diese Scheinwerfer-Cover. Aber viele denken immer, ich würde ja so fahren. Das war ich auch. Auch ein Privatgesprungstück. Witzig, in der Kontrolle sagte die Polizisten, ja, ihre Lichter können sie ja ändern in rot. Das ist verboten. Ich so, was? So die rote Ändern. Nein. Die so, klar, ich weiß das. Ich hab sie mal damit gesehen. Ich sag, nein, kann nicht sein. Ich sag, das ist ein Scheinwerfer-Cover. Dann hab ich ihr das erst gezeigt, vorgemacht. Wir haben auch ein bisschen Scheiße in dieser Situation. Aber das ist sehr cool. Ich find das extrem gut. Ich hab mir das, ich muss dazu sagen, ich hab vor dem Interview, hab ich, das ist bei mir halt, Alter, so ein Ding, in der Dusche noch, nochmal dein Instagram-Profil durchgeguckt. Und dann dachte ich, genau, jetzt muss nochmal. Nee, aber dann ist mir das aufgefallen mit den Scheinwerfer-Cover. Dann dachte ich auch so, erst so, boah, das ist aber hammerhart, ey. Immer die folieren und dann, klar, macht natürlich Sinn. Ja, dann passt das halt alles. Ja, dann Felgen, wie oft hab ich Felgen gewechselt? Oh, hör mir auf, ey. Ich will nicht wissen, wie viel Kohle. Das Problem ist, ich schrotte die dann immer. Bordsteine. Ich bin eigentlich, ich krieg die nie kaputt. Aber sobald du andere Leute fahren lässt. Ah, da kenn ich auch so ein paar Storys. Ja. Aua. Ja, also da gibt's ja auch Leute mit sehr viel Talent, auch in der Öffentlichkeit. Ich war vor vier Wochen in Stuttgart bei Nico, ins Club 21. Ich dachte immer, er wäre einfach nicht in der Lage dazu, sein Auto zu fahren. Ich muss ihn in Schutz nehmen. Seine Einfahrt ist einfach dafür gemacht, um dir deine Felgen wegzustecken. Ich glaub, ich hab mal ein Video gesehen, wo ich das mitgekriegt hab. Da war das, glaub ich, ein GTR irgendwas. Ja, aber die Felgen jetzt, wie lange sind die drauf? Nicht lange. Kommen auch wieder neue drauf. Ah, ja. Aber da kommt es richtig fett. Also das werden, glaub ich, auch die letzten Felgen. Hat laber ich dafür geschnitten. Ja, 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 ja. Ich denke echt, die werden sehr, sehr, sehr lange draufbleiben. Willst du da schon mal Antisern? Z-Performance. Oh, ja. Da hatte mein guter Freund Z, was richtig Schönes für mich. Lashanti hat auch was Geiles für mich vorbereitet. Mhm. Und Z-Performance hatte auch was Schönes für mich vorbereitet. Also ich glaube, das wird schon richtig asozial. Vor allen Dingen jetzt mit der Farbe. Mhm. Also viele Paare, die mir vielleicht folgen, die wissen schon, was da draufkommt. Auch nicht ganz günstig. Dann legen wir auch einen höheren vierstelligen Betrag. Von der Farbe jetzt, oder was? Nee, von den Kosten, von den Felgen. Ach so, von den Kosten. Die Farbe ist meine Autofarbe. Also der Kranz außen rum. Was sind denn die teuersten Felgen, die du bisher gekauft hast? Für vier Stück. Weiß ich nicht. Das denke ich wohl mir jedes Jahr einfach mal so ein, zwei Sätze neu. Ist das schon mal fünfstellig geworden? Nein. Nein. Weil ich habe nämlich, das ist wirklich eine Dimension, da muss ich aber erstmal hintersteigen, wie Felgen fünfstellig und deutlich fünfstellig werden können. Ja. Da war ich beim Omita, man teure Felgen. Ja, okay. Bei Bugatti geht es natürlich noch. Nee, nicht von Bugatti. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war von Royce Royce oder sowas. Da sage ich so, schicke Felgen. Meinst du, die passen bei mir drauf? Der sagt, ja, hast du 20 Müller dabei? Ja. Wie geht es 20 Müller? Da sagt der so, ja, ohne Weifen. Okay. Aber Bugatti-Felgen, also da bist du ja auch gerne mal bei 25.000 Euro aufwärts. Ja, absolut. Aber da muss ich ehrlich wieder sagen, da ist scheißegal, ob jetzt auch 18.000 oder 25.000 Euro aufwärts, das ist eine Region, wo du einfach bist, weil du es kannst. Aber das hat nichts mit Wertigkeit zu tun, weil eine BBS-Felge ist eine gute Felge. Ja. Eine Z-Performance ist eine gute Felge, jede Performance ist eine gute Felge. Ich kenne jetzt 10.000 andere. Es gibt viele Hersteller, die machen super Felgen. Ja, ich bin zum Beispiel totaler OZ-Fan. Super. Ja. Gut, das sind jetzt wohl Replikas noch vom Vorbesitzer. Draußen habe ich die echten. Okay. Also auf dem Auto draußen. Da kommen wir auf jeden Fall aber echte drauf. Ja. Ja, schön. Finde ich halt einfach total geil. Und ja, was ist jetzt drauf? Lashantis LCP-5. Ja, richtig krass. Die sind wirklich so. Die sind auch eigentlich blau, ich bin auch eigentlich ganz zufrieden damit. Ist das so, bist du eher so, Felge muss eine Farbe haben oder kann auch mal so... Kommt aufs Konzept an. Ja. Ja. Also ich bin da eigentlich relativ offen. Ich bin da so in allem auch offen. Wenn du mich fragst, was bist du für ein Typ Frau? Frau. 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 Finde ich aber cool. Ja, das ist eigentlich eine recht gute Antwort. Das ist halt auch schwierig zu sagen, weißt du so. Ich weiß, viele Leute sagen, das ist gar nicht so meins. Es ist viel zu viel und so. Aber eins vergessen die Leute. Wir sind noch im Thema Tuning. Wofür steht denn Tuning im Sinnbildlichen jetzt? Ja, persönliche Individualisierung, wenn es gab. Exakt. Ja. So. Das widerspiegelt jetzt einfach meinen Geschmack. Wenn mir viele sagen, ich habe einen Scheißgeschmack, womit ich auch völlig gut leben, also echt gut leben kann. Aber ich finde, man soll es auf eine respektvolle Art und Weise machen. Ja, absolut. Definitiv. Ich habe irgendwo mal einen Kommentar gelesen. Ich habe gesagt, man soll, also meine Eltern haben mir beigebracht, wenn nichts Gutes zu sagen hast, dann hört die Klappe. Ja. Und es geht nicht darum, ob meine Meinung irgendeine Relevanz hat. Es geht einfach nur darum, vermiesst du auch den anderen, nicht den Spaß. Wenn jemand glücklich ist, und ich sehe das halt auch bei vielen Jüngeren als ich, die machen dann keine Ahnung. Irgendwas dran, was mir persönlich jetzt auch nicht gefallen würde, wo ich aber niemals im Leben schreiben würde, boah, das sieht aber scheiße aus. Ja. Was bewegt dich jetzt, diese negative Energie da reinzunehmen? Das habe ich noch nie verstanden. Also meine, so ein Ding, da will ich mir auch eigentlich den Kopf drüber zerbrechen, weil das ist so ein Thema, das kann man, glaube ich, nicht verstehen. Nee. Was denkst du denn, wo die Tuning-Single so in fünf Jahren sich hinbewegt? Boah. Geile Frage. Ja, bin ich jetzt auch... Geile Frage. Boah, das ist eine richtig gute Frage. Ich fang gerade auch an, darüber nachzudenken. Ich bin ein Starter-Sommer. Ich sehe immer mehr Teslas, die umgebaut waren. Also ich denke, Thema Elektro wird immer mehr kommen. Also ich bin jetzt kein absoluter Elektro-Hasser. Doch, schon so ein bisschen, aber... So in dem Sinne. Ja, aber ich sag ganz ehrlich... Die Dinge kann man aber cool machen, optisch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, weil ein Elektro-Auto hat für mich eine Daseinsberechtigung, wenn ein Elektro-Auto Sinn macht. Klar. Ich sag ganz ehrlich, jetzt für die Eigenwählung, Smart Hashtag One ist ein absolut arschgeiles Auto. Klar, so überleg mal so ein Perfekt... Ich sag immer, so ein Ding ist perfekt für immer auf die Arbeit fahren, zum Einkaufen. Und wenn du dann schönes Wetter hast, du hast mal gute Laune, dann holst du halt deinen Benzin an. Du fährst mit Benzin an ein bisschen rum. Oder du filmst sehr gerne Autos und hast dein Elektro-Auto, was keinen Sound abgibt. Genau. Absolut geil. Perfekte... Also ich sag immer so, alles hat seine Vor- und Nachteile. Man muss die halt nur richtig einsetzen und dann machst du das Beste daraus. Ja, genau. So. Und Elektro-Autos bin ich schon gefahren. Taycan Tour US bin ich gefahren. Tesla Model S Played bin ich gefahren. Brutale Beschleunigung. Ja. Aber mir fehlt dieses... Ja. Weißt du, was ich meine? Die Seele. Das Feedback. Ja, natürlich. Das ist so wie, als ob du... Ich nehme da jetzt wie immer Thema Frauen. Erwähne mich jetzt hier, hast du wieder, ne? Aber das ist dasselbe, als ob du eine Gummipupse... Guck, guck, guck. Das ist aber wirklich sehr... Du musst gar nicht weiterreden. Ich weiß gar nicht genau, was du meinst. Weißt du auch, ja... Es ist zwar... Aber was ist halt nicht... Scheiß auf, wir sind jetzt in einem Podcast und ich fange jetzt auch einfach mal an, darüber zu reden. Ich bin auch einfach ein Mensch. Ich nenne das immer Feedback-Ficker. Weil am Ende des Tages... Sorry, aber bei mir ist es einfach so. Bei mir auch. Ich brauche einfach am Ende des Tages ein Feedback. Wenn da irgendjemand sitzt und einfach nichts macht, glaube ich auch nicht, dass es gut war. Nee. Und da ist ja auch irgendwo der eigene Anspruch. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich bin eher so die Person, die sagt, die andere Person soll dabei Spaß haben, weil das kommt dann auch irgendwo zurück. Ich bin ja auch stecher hier. Naja, aber es ist ja so. Am Ende des Tages... Wir hatten ja auch schon sehr oft darüber gequatscht. Das ist einfach so ein Ding, dass man der Frau dann da Spaß bereiten will, weil man weiß, das kommt dann zurück. Wenn es dann nicht zurückkommt, dann passt es dann in dem Fall einfach nicht. Aber das ist halt so. Und für mich ist das auch einfach genau das Gleiche beim Auto. Ich kann einfach nicht in einem Auto sitzen. Sehr gut. Wo ich sage, ich erwarte jetzt hier Spiel, Spaß, Freude, wenn da nichts dabei rauskommt. Jetzt pass auf. Du hast jetzt ein super Thema angesprochen. Fehler, den wir Männer oder die viele Männer machen. Wir wollen dann alle unseren Spaß haben. Ist ja ganz klar. Aber du musst dann einfach mal an den Spaß der Frau denken. Weißt du warum? Wenn du einer Frau spaßbereitest, guten Spaß bereitest, so mal auf deinen... Dich an zweiter Stelle stellst und sie dann glücklich ist, hast du viel mehr davon. Dann gibt sie dir auch viel mehr. Genauso ist es beim Auto. Gibst du guten Sprit, gibst du gutes Öl, gibt dir das Auto viel Spaß. Ja, absolut. Und fahren auch immer länger dann. Das auch. Und deswegen immer mehr Acht nehmen auf das andere und dann auf sich. Ja, absolut. Auch wenn ich es anders von vielen Leuten gesagt bekomme, nee, du musst immer dich an der ersten Stelle stellen, stimmt auch irgendwo. Aber gesund, mit einem gesunden Zwischenmaß. Ja. Also es ist schon witzig, wir reden über Autos, dann kommen wir irgendwann zum Thema Politik und zum Vögeln. Das ist schon interessant. Es ist aber ein typisches Podcast. Ja, doch, auf jeden Fall. Da geht es einfach auch mal tief rein in Gespräche. Aber zum Thema, wo ist die Tuning-Szene in fünf Jahren, finde ich Elektroauto absolut interessant. Ja. Entschuldige Stimme, Szeno wird hoffentlich nicht aussterben. Das Problem ist aber, wir werden überall eingeschränkt mit allem. Ist euch das nicht aufgefallen? Ja, doch. Und da gibt es alle bestimmte Karaktere, die dafür sorgen. Kennt ihr Zollverein treffen? Ah, ich wusste, dass das Thema jetzt in die Richtung geht. Ja, kennen wir doch. Kennen wir? Ja. Pass auf, ich habe da auch eine richtig krasse Geschichte mit Zollverein. Oh, jetzt. Keine gut. Ich muss kurz ein Disclaimer machen, bevor wir damit anfangen. Dann machen wir die Pause. Weil es sehr, 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 sehr krasse Wendungen zum Thema Zollverein gab. Hast du das mitbekommen, was wir zum Thema Zollverein gemacht haben? Nee. Auf jeden Fall haben wir was zum Thema Zollverein gemacht. Und zwar haben wir uns einfach öffentlich in einer subjektiven Berichterstattung, ich muss es leider so anfangen, so professionell zu reden, in einer subjektiven Berichterstattung haben wir eine Aufarbeitung gestartet, zusammen mit dem Alex von Tofu Garage, weil er und wir uns gesagt haben, wir würden einfach gerne mal Stellung nehmen dazu, weil er und wir ein Teil der Tuning-Szene sind und wir nicht dahinter stehen. Okay, das hat auch nichts mit Tuning zu tun. Genau, so, aber das ist ja das Thema. Ich kann es, Ingrid, Annette, Werner, kann ich es nicht verübeln, dass die denken, dass das Tuning ist und dass das die Leute der Tuning-Szene sind, weil es einfach so breit getreten wird. Genau. Und das haben wir gemacht und dann sind wir auf Kritik gestoßen von Leuten, wo wir jetzt wieder gesagt haben, dann fängst du dann an, mal aus Profil von den Leuten zu gehen, wo ich mir wirklich denke, es tut mir leid, und das haben wir auch in den Kommentaren gemerkt, aber ihr habt die Weitsicht nicht. Die Weitsicht dieser Konsequenzen, dass das so weit geht, dass Leute einen persönlich ansprechen und sagen, hey, mach doch auch mal so Treffen. Ist das das, was ihr da veranstaltet? Und dann von den Organisatoren in einem TikTok-Livestream beleidigt zu werden, aufs Übelste. Das ist kindisch. Das ist nicht nur kindisch, das ist unprofessionell. Und dann zu sagen, okay, man merkt, man ist nicht mehr auf der Seite von den Leuten, die unterstützt wird. Es ist am Ende des Tages die Leute, die sehr, sehr, sehr laut reden, ist eine Minderheit. Und die Leute, die nicht darüber reden, es scheiße finden, das sind die Leute, die halt, das sind viel mehr, aber die äußern sich einfach gar nicht dazu, weil sie halt einfach sagen, ja, das ist halt einfach scheiße, aber es ist halt so. Können wir jetzt gerade eh nichts dran ändern. Und dann kommen immer wieder diese Gespräche auf, und das habe ich in diesem TikTok-Livestream gemerkt. Wir haben den halt komplett dokumentiert, aber ich werde den jetzt mit Absicht nicht einblenden, weil dann direkt mit Anzeige und so gedroht worden ist, sondern es geht um den Anstall, aber ihr fangt euch an, mit dem Gesetz zu brüsten, obwohl ihr aktiv bei jedem Event gegen das Event, gegen dieses, gegen die Regierung und gegen alles, was rund um Tuning gemacht wird, einfach anstößt. Ich glaube, wir müssen genau da einen riesengroßen Punkt setzen. Weißt du, warum? Tuning, das, was wir betreiben, ist ja was ganz, ganz anderes. Ich war öfters mal da, ich will mich gar nicht freireden, ich war auch in Entschede, das war übrigens ein, an sich ein cooles Treffen, da wurde halt auch keine Scheiße gebaut, die Polizei war auch da mit, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen das Spießierische in Deutschland. Das, was die machen, hat rein gar nichts mit Tuning-Treffen zu tun. Meine Meinung, ja. Es ist witzig, was da abgeht, als junger Kerl, als junge Dame, ist es natürlich aufregend, so dann da hinzugehen, die Jungs machen da Burnouts, bauen da Scheiße, Polizei, Blaulicht, hin und her. Ich habe da eine richtig böse Erfahrung mitgemacht. Es ist im Vorfeld aber auch was passiert, also es ist eine längere Geschichte. Im Endeffekt, da steht das Auto, es ist alles gut, ich bin hier, ich bin nicht irgendwo im Klasse oder sonst irgendwas. War scheiße, ich habe auch dazugelernt in meiner gewissen Situation, aber mir hat man zum Beispiel dann auch nicht geglaubt. Aber ich war halt direkt in so einer Schiene drin. Ich bin aber in der Schiene eigentlich Tuner. und so Treffen haben nichts mit Tuning zu tun. Absolut gar nichts. Klar, du siehst eine Karge, wurde ein bisschen Felgen gemacht, das ist ein bisschen tiefer. Da sind auch ab und zu echt schöne Autos da, was man da so ab und zu in der Story sieht. Aber ich glaube, die Jungs oder wir, wenn wir einfach am Wochenende absolut nichts zu tun haben, dann fahren wir einfach da hin und gucken uns das an. Wir beteiligen uns jetzt nicht tatkräftig mit und machen Burnouts oder so eine Scheiße, aber wir gucken uns das einfach an. So, was mir, was ich so als Idee hatte, ist, einfach sowas legal zu machen. Warum mietet man sich nicht einfach einen legalen Platz und glaub mir, die Leute werden auch bereit 5 oder 10 Euro Eintritt dafür bezahlen, um sowas legal zu machen. Aber soll ich dir sagen, was da passieren wird? Die werden einmal hinfahren, zweimal hinfahren, dreimal hinfahren und dann hören sie auf. Und weißt du warum? Weil der Kick fehlt. Die ist, ah, wir müssen jetzt abhauen, ah, wir müssen jetzt, wir bauen jetzt Scheiße, ah, wir können jetzt, das ist der Kick. Das ist der Kick der Jugendlichen. Das ist definitiv. Umso älter die werden, wir sehen, es wird immer weniger, oder eine neue Generation mit dazukommen. Das hat aber rein gar nichts und ich will, dass das öffentlich auch irgendwo klargestellt wird, dass es nichts mit Tuning zu tun hat. Definitiv. Weil die meisten Karren, die ich da sehe, sind, ne, entweder irgendwelche älteren Autos, die jetzt nicht unbedingt Scheiße sind, ja, aber die bauen halt einfach zu viel Scheiße da. Viel, zu viel Scheiße. Und dann immer, dann will sich der eine beweisen, dann will sich der andere beweisen, dann will sich der wieder beweisen, dann stapelt sich das und schaukelt sich das immer weiter hoch und die Gesellschaft sieht dann aber den Tuner dahinter. Ach, aufgemotzt so laute Karre, dass die Tuner. Die bauen da wieder Scheiße. Ja, absolut. Und das ist traurig. Das ist irgendwo traurig. Ich meine, ich kann die Jungs von Zollerfahne, ich kenne sie auch persönlich, zu mir waren sie echt nett, muss ich an der Stelle auch sagen. Aber gewisse Dinge sind halt einfach übertrieben, aber auch von der Polizei übertrieben. Wenn die Polizei denn gar nicht mehr diese Aufmerksamkeit schenkt, ist zu sehen, dann werden die von ganz alleine aufhören. Aber das ist halt immer, das Schwierige finde ich ist, was wir glaube ich auch in dem Podcast mit Alex angesprochen hatten, ist halt die Konsequenz für die, die es wirklich legal machen möchten. Ja, natürlich. Weil die Regierung kann ja auch, muss man leider auch sagen, verständlicherweise. Reagieren. Die müssen reagieren. Die können dann nicht sagen, ey, macht eure ganzen anderen legalen Sachen, kein Ding. Aber wenn es illegal ist, müssen wir halt unterbinden, ja. Aber es erlaubt ja dann auch keiner mehr, das legal zu machen, weil die halt das alles über einen Kamm scheren. Okay, jetzt. Die sollen die es auch differenzieren. Witzige Frage. Wann hast du das erste Mal Alkohol getrunken? Boah, ich glaube ich bin 14. Also, mussten deine Eltern los oder haben sie es dir verboten? Ja gut, verboten haben sie es mir nicht. Das ist ein tolles Scheißbeispiel. Meine Mutter hat gesagt, ey, sauf nicht zu viel, gewöhn dich dran, mach keinen Scheiß. Wenn du bis auf jeden Fall nach Hause kommst und du bist dort zuhören, kriegst du auf die Fresse. Nein. Aber, ne. Die hatten halt Phanums beigebracht. Phanums beigebracht. Das ist zum Beispiel ein gutes Thema. Aber als kleines Kind hast du bestimmt auch mal an die Herdplatte gepackt, obwohl deine Mom dir gesagt hat, mach's nett, oder? Nee, ich finde nicht. Du musst es alles ausprobieren, du musst es reizen, musst deine Erfahrungen damit machen und dann entscheidest du im Endeffekt selber. Also, ich sag, ganz ehrlich, zu den Treffen im Ausland, jetzt Belgien, Holland oder sowas, kann man fahren, weiß, warum, weil die Polizei auch entspannt ist. Ich finde aber auch, genau da wird er halt auch nicht so übertrieben wie in Deutschland. Und das ist das, was ich mich immer gefragt habe. Hey, da juckt es die Bullen halt nicht. Polizei, Entschuldigung. Aber hier, das ist ja auch das, was dann auch immer viral durchs Internet geht. Weißt du, so eine Scheiße. Und das Problem ist halt, weil es dann auch viral geht und in dem Video dann gewisse Autos zu sehen sind, betrifft es uns dann alle wieder. Das ist das Scheiße. Obwohl ich sagen muss, in Venlo, als ich da, also es ist auch jetzt schon was her, wo ich das letzte Mal da war, da hat die Polizei, glaube ich, gegen 11, 12 Uhr gesagt, Feierabend, Feierabend, alle Deutschen jedenfalls, ihr müsst wieder weg. Und wir sind alle gefahren. Genau, eben. Und es gab kein Problem, es gab keinen Stress, nichts. Das ist halt das Ding. Ich habe mein Auto da hingestellt. Das war aber auch wieder ein Treffen, wo mehrere getunte Autos da waren. Da waren viele getunte Autos. Das war dann ein Zollvereintreffen mit irgendeiner anderen Gruppe da aus. Ach, die hatten die da mit Zollvereinen zusammen? Ja, ja, die haben das mit Zollvereinen zusammen gemacht. Ja. Und das war cool. Weißt du warum? Die Polizei war da. Wir haben mit den Polizisten geredet, die waren so lustig. Die Cops, die kannten das Auto tatsächlich auch. Und die waren tiefenentspannt. Da haben sich alle benommen. Eben. So, dann haben die da so eine kleine Meile gemacht, wo man Burnouts machen konnte. Die Polizei stand aber auch rechts. So, wenn du aber auf die Hauptstraße gefahren bist, also von dem Gelände runter und hast da einen Dicken gemacht, dann haben die dich auch rausgezogen. Das haben dann so zwei, drei coole Jungs da gemacht. Die haben dann ihre Erfahrungen dann gemacht. Das war dann aber dann Abschreckung für die anderen. Und die Polizisten waren tiefenentspannt. Keiner hat sich gestritten. Es gab keine Auseinandersetzung, nichts. Und jeder ist friedlich nach Hause gefahren. Also ich bin ohne, doch, ich wurde angehalten. Ach, okay. Aber nicht, weil sie mir ans Bein pissen wollten oder weil ich was falsch gemacht habe, sondern weil sie gesagt haben, sie kannten das auch noch von TikTok. Ja, perfekt. Ja, auch gut. Und haben dann wirklich gefragt, ob ich wirklich soweit jetzt deswegen wegen diesem Treffen gefahren wäre. Ich sage so, ja, wir haben nichts zu tun. So, weißt du, ein bisschen rumfahren. Ja. Dann habe ich aber eine interessante Frage. Gerne. Findest du, das Treffen in Wachtendong von Zollverein war ja auch im Ausland. Ja. Das da nicht übertrieben wurde? Wachtendong ist wo? Welches Treffen war das in Berlin jetzt? Das Wachtendong, ja, jetzt fragst du mich. Ich glaube, das ist Niederlande. Das muss ja mal gerade jemand bitte fact-checken im Hintergrund. Also Endschulde war ich dabei. Ja. Das war... Das ist auch recht aktuell. Das war halt extrem krass in den Medien, das Treffen. Okay. Also das, weil da... Also die Frage kann ich mir jetzt mal... Warte mal, war das nicht immer zwei Wochen? Nee, nee, nee. Das war vor einem Monat oder zwei. Da wurde komplett übertrieben. Also die haben halt gerade eben einfach ein komplettes Dorf lahmgelegt. Ja. Ja, das ist assi. Und? Wachtendong ist Deutschland. Wachtendong ist Deutschland? Ich glaube, das ist so gerade an der Grenze, ne? Das ist an der Grenze zu Niederlanden. Ja. Ah, okay, verstehe, ja. Scheiße. Ja, okay, gut. Das hat sich natürlich jetzt argumentativ an mir ausgehebelt. Trotzdem muss ich dazu sagen, ich finde einfach, dass gerade diese Themen so weit dazu führen, dass es jetzt wieder eine neue Begrifflichkeit gibt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber die nennt sich jetzt die offizielle Takeover-Szene in Germany. Also in Deutschland. Dummkopf, Alter. Das ist meine Meinung. Genau. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ab dem Punkt wird einfach von der Hinsicht aus übertrieben. Ich weiß nicht, ob man in dem Fall, und das werde ich jetzt einfach sagen, blind oder blöd ist, aber Takeovers sind nicht nur Orte, wo Leute verletzt werden, sondern Orte, wo Leute auch schon aktiv bei gestorben sind. Und, das kann ich auch wieder direkt sagen, in dem Fall wird gerade darauf gewartet, dass irgendwas so weit eskaliert und irgendwie so einer übergebraten wird, der seinem Leben nicht mehr froh wird. Ja, guck ich erst mal in den USA an. Ja. Bis dann Tuning-Treffen in Deutschland wirklich offiziell immer kriminell eingestuft werden, bis sie vom Gegenteil überzeugt werden können. Und das wird es nicht. Und das sollst du tun, was du willst. Du siehst es ja schon mit Raserei dann. Ja. Todesfälle. Es wird genauso damit umgegangen. Und dann fängt das an, einfach so eine absurde Scheiße zu werden. Ein Straßenrennen gegen sich selber. Hat ein guter Kollege von mir. Ein Straßenrennen gegen sich selber in einem weißen Elektroauto. Ja, jetzt vor einer Woche. Liebe Grüße an Max, wenn du das siehst. Der rief mich nachts, ist ein guter Freund, rief mich dann so halbweinerig an. Bro, ich hab richtig Scheiße. Ich sag, was ist los? Die haben mir mein Motorrad und meinen Führerschein weggenommen. Ich sag, was ist passiert? Ja, die haben mir vorgeworfen, ich wäre ein Rennen gefahren gegen mich selbst. Wieso? Ja, er schickt mir die Videos von seinen Aufnahmen. Die haben sein Moped beschlagnahmt und seinen Führerschein. Und der Kollege war am Film. Er macht auch so ein bisschen Social Media. Aber er ist bei Gott ein Mensch, der so richtig straight ist. Also er ist schon richtig Regelbefolger. Und der hat zwar seine Maschine vom Sound her ein bisschen höher gedreht. Aber du siehst es auf dem Video so, er ist überhaupt nicht schnell gewesen. Also das kann man nicht mal ansatzweise mit Rennen gleichsetzen. Ich hab gesagt, pass auf, ich kümmere mich darum. Ich hab einen super Anwalt. Weil das, was ich sehe, ist komplett rechtswidrig. Das, was die gemacht haben, ist komplett rechtswidrig. Und er hat jetzt am Wochen, diese Woche hat er mich dann Freuden, Tränen angerufen. Er war ja auch wegen Job darauf angewiesen. Der sagt dann, die hat sein Motorrad wieder, der hat sein Führerschein wieder. Die Anzeige wurde fallen gelassen. Aber da siehst du mal, was die dadurch für eine Macht bekommen. Ja. Du gehst dein Leben lang arbeiten, kaufst dir ein Auto. Und dann kommt die Polizei und sagt, du bist jetzt nur entgegen dich selbst gefahren. Du kannst einfach nichts dagegen machen. Ja. Und wie kommt das zustande? Wie weit wird das dann getrieben? Genau. Du kannst auch Beschleunigung von 0 bis 60 in der Innenstadt. Voll Beschleunigung. Du überschrittst nicht die Geschwindigkeit. Aber das wird schon mit Straßenrennen gleichgesetzt. Verstehst du? Ja. Und da sollte man wieder klar differenzieren. Was ist Straßenrennen und was ist zügiges Anfahren? Ich meine, den Begriff zügiges Anfahren gibt es ja, glaube ich, auch im Gesetzbuch. Oh, das kann ich nicht sagen. Aber Strafe für 50 Euro oder so. Ja, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Ja, ordentlich. Genau. Das ist keine Strafanzeige, aber das ist eine Ordnungswidrigkeit. Genau. Ja. Aber das ist halt, das muss ich einfach nochmal sagen, es ist super krass und ich finde es sehr interessant, wie Leute, die wirklich, wie du jetzt auch tief in der Szene drin sind und wirklich sich auch Teil der Tuning-Szene nennen dürfen, einfach aktiv Abstand davon nehmen. Aber auch dann für mich immer, und das finde ich sehr interessant, nicht per se sagen, scheiße, 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 sondern lösungsorientiert an das Problem rangehen. Jetzt muss ich halt wieder den Leuten leider den Wind aus dem Segel nehmen. Zollverein hat ja zusammen mit TSNS, ich habe es aber richtig ausgesprochen, ein legales Riesentreffen in Österreich geplant. Ja. So. Da haben mich auch sehr viele gefragt, ob ich Stein fahre. Genau. Und das Thema wurde dann auch noch thematisiert in den Livestream, weil ja angeblich dann ja gesagt, da unterstellt wird, dass das ja auch illegal ist, das ist ja Rufmord und bla bla bla. Ja, also ich kann mich jetzt ja nochmal öffentlich entschuldigen. Das ist ein Missverständnis von dem Alex auch gewesen. Er wusste das in dem Moment einfach auch nicht besser. Ja. Kann ich aber jetzt auch direkt wieder kontern. Es ist in dem Fall halt Rufmord. Ja, aber es ist so, Rufmord geht ja davon aus, dass wir etwas sagen, um aktiv zu schaden. Ja. In dem Falle ist dein Markenbotschafter mit dem Bild, also mit dem Flyer im Hintergrund von dieser Veranstaltung am Rumranten auf TikTok, am Sachen an Behaupten, unseren Gast am Beleidigen, you name it, und du regst dich darüber auf, dass wir dann damit berichten und dein Flyer im Hintergrund haben. Ganz kleines Beispiel. Wenn ein Obermitarbeiter von Mercedes irgendeine Scheiße erzählt in irgendeinem Video und ein Mercedes-Shirt anhat, du kannst dir nicht vorstellen, was am nächsten Tag im Büro los ist. Das gleiche kann ich die Firma, wo ich arbeite, sage. Das gleiche kann ich für jede einzelne etablierte Firma mit irgendeiner Mediapräsenz und selbst auch keine Mediapräsenz, sondern mit irgendeinem Stellenwert sagen, da ist richtig was los. Und das sind wir in dem Moment nicht schuld. Dann, bitte lieber TSNS-Organisator, dann habt deine Lämmer im Griff. Es ist einfach so. Dann soll er das nicht machen, weil in dem Livestream ist dann auch irgendwann jemand reingejoint, die haben ihn dann reingerollt, der hat auch gesagt, lasst euch nicht auf dieses Niveau herab, hört auf darüber zu reden, bla bla, aber er ist immer weiter in dieses Thema reingegangen. Ja, und irgendwann muss man dann begreifen, wenn man merkt, okay, es bringt nichts mit der Person zu diskutieren. Ja, ich fände es auch halt sehr amusant, dass in einem TikTok-Livestream darüber abgerantet wird. TikTok ist aber sowieso, was Livestreams, ich mache ja selber öfters mal Livestreams, also die kommen anscheinend auch echt cool an, so bei den Leuten, weil ich habe echt sau viele Zuschauer. Aber du hast halt auch die Kommentare da drin, so, ich lese Sachen. Das Problem ist, was ich auch immer wieder anspreche, Social Media ist eine Sache, Real Life ist eine ganz andere Sache. Das hat dann nichts mit falscher Erziehung, beziehungsweise mit, ich wäre ein Asi oder sonst irgendwas zu tun. Aber ich finde, wenn du ein Mann bist oder wenn du eine gestandene Frau, ein gestandener Mann bist, dann musst du deine Meinung nicht nur im Internet vertreten können, sondern dann auch persönlich. Ja. Und ich habe euch ja gerade eben von so einem Vorfall berichtet, so Vorfall habe ich auf TikTok jeden Tag. Die haben alle so eine große Schlauze und die leben halt in dieser Anonymität. Und in so einer Anonymität werden genauso Sachen wie Zollverein dann halt auch irgendwie gepusht, gepusht, gepusht. Oh ja, bitte. Aber wenn du ein Problem lösen möchtest, wo fängst du dann am besten an? An der Wurzel. Und nicht oben was dann an den Blüten, das bringt dir nichts. Die schleidest du und am nächsten Sommer sind sie wieder da. Sondern genau dasselbe ist in allem so. Beruflichen, privaten, freundschaftlichen, allem. Wenn du ein Problem hast, musst du an den Kern gehen. Ja. Und Zollverein, junge Menschen, die von einmal Reichweite bekommen, die wissen noch nicht damit umzugehen. Die wissen gar nicht, was gewisse Dinge für Ausmaße haben können. Ja. So. Das heißt, es bringt nichts mit so Leuten zu diskutieren oder die Menschen dann zu beleidigen. Denn sowieso, Internetbeleidigung finde ich, nehme ich nicht ernst. Die Person hat direkt einen Weg bei mir, braucht sich auch nie wieder versuchen zu entschuldigen. Ist direkt unten durch. Da bin ich konsequent. Mhm. Oder ist man es genug und sagt es mir ins Gesicht. Und das heißt nicht, dass man sich dann im Endeffekt auf eine Schlägerei oder sowas eigentlich, nein, auf eine Diskussion, auf eine vernünftige Diskussion. Aber er hat Rückgrat und stand zu dem, was er gesagt hat. Definitiv. So, das ist wesentlich mehr wert wie alles andere. Und, äh, wieso ladet ihr Zollverein nicht einfach mal ein zu so einem Podcast? Kurz, um das mal zu erzählen, ähm, hier ist die Vorgeschichte, die kannst du natürlich nicht wissen. Wie? Ähm, da ich dachte, okay, es macht am meisten Sinn, äh, direkt den Chef persönlich natürlich anzusprechen, ähm, bin ich dann als allererstes damals in einem TikTok-Livestream mit dem Underground Cars Club TikTok-Account reingedjoint. Das war keine gute Idee. Ja, Moment, war es ja erstmal schon, weil ich dann ja geschrieben hab, hey, wir haben einen Podcast gestartet, wir würden gerne mit dir ein Interview führen. Erstmal, ja, bla bla, weiß nicht, wer ihr seid, bla bla, schick mir eine Nachricht auf Instagram. Hab mir nur das geschrieben, ne, eine total normal formelle Nachricht. Hab dann auch in den TikTok-Livestream reingeschrieben, hey, ich hab dir das geschickt. Ja, äh, wir haben Ende März Zeit, dann können wir das gerne mal machen. Cool. So, mega geil. Nix mehr gehört. Erst Podcasts hier angelaufen, ne, weil wir da auch erstmal wieder ein bisschen experimentieren wollen, Setup, wie funktioniert das, wie sind wir im Interview und so weiter und so fort. Ähm, dann bin ich im besagten TikTok-Livestream, den die Zuschauer, die jetzt aktiv zuschauen, ähm, bei Alex gesehen haben, reingedjoint, hab dann gesagt, ey, wie sieht's aus, ich hab nächstes Mal von dir gehört. Ja, ich weiß nicht, ob ich das machen sollte und hier und da. Ja, und ich finde einfach, ich hab das nicht nötig und, äh, frag mich nicht. Also, wenn du diese Aufnahme hören würdest, du willst auf die Hose steigen. Ja, und das ist der Punkt, wo du dann einfach abbrichst. Genau, dann hab ich immer noch Folgendes gesagt, weil ich hatte ja nochmal die Joker-Karte. Okay, wir würden gerne eine Gegenüberstellung machen. Also, Alex, von der Tofu-Garage, ist ja ein etabliertes Mitglied in der Tuning-Szene, hat auf jeden Fall mit Autos zu tun und ist professioneller Drifter. So, also eine Sache, die die ja ganz toll finden, Driften. Genau, und den wirst du niemals von so einem Treffen drin. Genau. Genau, richtig. Hat er auch so gesagt. Also, und dann hab ich das reingeschrieben und dann so, boah, wer ist denn Alex? Noch nie von gehört, Tofu-Garage. Und dann, dann wurde es ja wieder Richtung von dieser, wo uns sehr viel Unseriosität und Unprofessionalität vorgeworfen wurde, wo ich ja wirklich auch dachte, was ist denn jetzt, vom Zollverein, wie er angefangen hat, beleidigend zu werden. Ja, wer, 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 da kann ich mich doch nicht, da kann ich, ich kann doch da nicht ernst bleiben, der frisst doch den ganzen Tag nur Tofu. Wer ist denn dieser Alex von der Tofu-Garage? Wer nennt sich denn so? Guckt dann, ah ja, okay, kenn ich doch, F34, schönes Auto. So, ähm, oh, der hat ja auch 100.000 Follower. Ah, der kommt ja aus Aachen, jetzt weiß ich, warum ihr das machen wollt. Und ich dachte auch, wo geht der jetzt hin? Dann hat er irgendwelche Querverbindungen zu irgendwelchen Tuning-Szenen gemacht, aus Aachen, irgendwelche Probleme, die er hatte. Da hätte ich schon längst aussteigen sollen. Jetzt pass auf, im Großen und Groben und Ganzen ist das dann einfach so ein Verhalten, wo du merkst, okay, die Person ist dann einfach zu unreif, die versteht die Message nicht dahinter, die versteht den Nutzenden Sinn nicht dahinter und dann hat das Gespräch für mich beendet. Und irgendwann kommt die Person dann an und sagt, ey, wollen wir ein Gespräch führen? Und dann musst du sagen, nö, der ist so. Weil du hast ihm die Möglichkeit gegeben, er hat die Möglichkeit nicht genutzt, fertig. Und wenn er anfängt zu beleidigen, dann ist das, wenn du ein kleines Kind hast und das Kind wird trotzig, was wird es dann? Beleidigen, wütend, schreiend, weiß ich nicht anders zu helfen, weil es ist. Du musst einfach gelassen bleiben, ruhig bleiben. Okay. Und wenn man dazu noch sagen muss, unserer Seite werden wir für eine sachliche Konversation Ich kriege das hin. Werden wir auf jeden Fall immer noch bereit, das ist nicht die Frage. Ich habe den Typen den Arsch gerettet. Ja. Also, ist es immer noch so und das möchte ich jetzt auch nochmal ganz klar betonen, wir sind und vielleicht auch in der Konstellation vielleicht dann mit dem Alex, weil er halt wirklich ja genauso tief da drin steckt, wie wir sind. Aber ich glaube, das endet in eine Hoherei. Nein, nein. Aber es ist halt gerade einfach so und das muss ich halt sagen, wir sind immer noch zu 100% offen. Uns wurde jetzt vorgeworfen, dass wir das nicht machen würden. Wir bewegen unseren Hintern, auch gerne in dem Auto deiner Wahl, dahin. Wir machen ein Interview, stellen die Fragen. Wir, ich lege dir offiziell einen Vertrag hin, wo ich unterschreibe, wo auch gerne meine Mama darauf unterschreibt, dass wir dein Gesicht nicht zeigen dürfen, dass wir deine Stimme zensieren, alles. Du bist zu 100% safe. Ja. Und wir machen das. Ich bin zu 100% dabei. Ich kenne ihn ja. Menschlich, ich habe ihn auch persönlich kennengelernt. Das ist lieber eigentlich ein sehr, sehr netter, rüflischer, respektvoller Junge. Junger Mann, sage ich mal vorsichtig. Ähm, ja gut, das Problem ist halt, wenn du halt vorher eine gewisse Aufmerksamkeit nicht hattest und die dann von einmal bekommst, entscheidet dein Charakter, wie du dich dann im Endeffekt gibst. Correct. Das ist das, was ich da zu diesem Thema sagen kann. Ich persönlich muss sagen, er war eigentlich ein ganz netter Kerl. Aber ich glaube, der hat, der weiß noch gar nicht, was seine Sachen für Ausmaße haben können. Ja. Auch durch meine Scheiße. Guck mal, ich muss auch sagen, ich habe auch Kacke gebaut. Das war so das erste Mal, wo ich da hingefahren bin, da ist kurz vor, ist mein Vater verstorben und die Jungs, wir kannten das noch nicht und dann haben wir das mitgekriegt, hier so Zollverein, dann sind wir da mit, keine Ahnung, fünf, sechs Autos da hochgefahren und dann haben wir festgestellt, okay, das ist ein bisschen too much. Auch das Klientel, was da rumläuft und so gewisse Leute, ich will jetzt nicht alle Leute da ansprechen, es sind auch viele Korrekte da, auch viele nette, kleine Menschen. Genau. Okay. Ja. Und, ähm. Ey, wir müssen seriös bleiben, wir können nicht die ganze Zeit kichern, das haben wir auch vorgeworfen bekommen. Ja, wir müssen seriös bleiben, ja. Ich bin, ja. Ey, ich gehe für Lachen in immer einen Keller, das ist gar kein Stress. Das Problem ist dann, wie gesagt, so, dann habe ich halt auch mal Kacke da gebaut, ne, ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein Engel und ich habe noch nie mal mit dem Scheiße gebaut. Ist aber auch wichtig, das zuzugeben, ja. Ja, es ist ein Mist gewesen. Ich war aber auch nur, ich will es nicht auf irgendwas schieben, ich selbst bin der Herr von Teil meiner Taten, aber ich habe halt auch Kacke gebaut, aber mit einer gewissen Vorgeschichte, wo mir zum Beispiel dann nie zugehört wurde, warum. Und es hatte dann eigentlich gar nichts mehr mit diesem Zollvereintreffen zu tun gehabt. Ist aber rechtlich alles geklärt. Alles ist geklärt, auch mit der Polizei, mit der Staatsanwaltschaft und allem drum dran. Wie du siehst, ich bin hier, warum auch zu sagen, das Auto ist auch hier, alles ist gut, das ist auch schon ein paar Jahre, zwei Jahre, glaube ich, her. Und es ist auch nichts an dem Auto kaputt gegangen. Für alle, die das immer gefragt haben, weil ich habe die wildesten Geschichten gehört, das wäre gar nicht mehr der Erstreit, das wäre ein anderer Erstreit. Nein, die Stoßstange ist kaputt gegangen, aber auch nur beim Rausziehen, da ist die hat sich nicht nach vorne. Und wenn du irgendwo gegenfährst, klappt das ja eigentlich ein. Ja. Und geht ja nicht nach vorne. Logisches Denken, aber kannst halt heutzutage Social Media nicht viel erwarten, ne? Ja. Und wie dem auch sei, jedenfalls, das war dann der Punkt, wo ich dann gesagt habe, für mich entschieden habe, ein bisschen mehr Abstand. Wenn es im Ausland ist, weiß ich ganz genau, okay, wenn es zu heiß wird, wir sind in einer coolen Gegend, da fahren wir halt in die Stadt und gehen, was da graus essen. Ja. Ganz einfach. So, und ich bin eigentlich immer der Typ, und das wird ja auch jeder, der mich da jemals gesehen hat, bestätigen können, ich bin immer der Erste, der abhaut. A, einfach aus dem Grund, weil ich keinen Bock habe auf eine Show. Ja. B, wenn die Polizei von diesem Treffen Wind kriegt, die sind auch nicht dumm, dann stehen die schon an den Landesgrenzen und warten einfach nur. Genau so. Warum machen die das? Ich weiß, was gegen die bösen Tuler haben, weil sie einfach den Leuten klar machen wollen, die wollen nicht scheiße nicht. Ja. So, und dann ist es wichtig, so Menschen davon zu überzeugen, sowas einfach legal zu machen. Ja. Wo man auch kostenlos profitieren kann. Absolut. Wenn du so ein Business Mindset hast, dann denkst du dir so, okay, Moment mal, die Kinder stehen da drauf. Das ist genau dasselbe wie mit diesen Vapes oder sowas. Ja. Oder Energy Drinks oder sowas. Du weißt, die Kids stehen drauf, die haben da Spaß dran. Okay. So Treffen, legal, am Wochenende mal machen, irgendwo. Wo ist das Zentrum, so Dortmund, diese Ecke? Oder nicht mal Dortmund? Ruhrpott einfach. Ja, sondern holst du dir einfach mal oder sprichst da mit irgendwelchen Leuten, die da irgendwas melden können oder zu melden haben und organisierst einfach so einen Platz. Ja. Lass du driften. Lass du Scheiße bauen. Ja. Ja, und vor allem. Aber mit den Regeln. Eben, und wenn es legal ist und man dann immer noch weiter denkt, ey, vielleicht kommt dann da irgendein Vater mit seinem Kind noch an, das Kind findet das mega geil, wird ein Drifter, weil es darauf steht. Richtig. Hast du sogar noch ein kleines Kind davon überzeugt, doch noch einen Teil der Tune-Szene zu lernen, was natürlich auch immer eine Erweiterung ist. Aber an sowas dann nicht zu denken. Einfach, dass die Erfahrung den Leuten dann einfach fehlt. Ich will dem hier dem Typen vom Zollverein nichts unterstellen. Das ist ein netter Kerl. Echt. Die waren echt. An sich ist die Truppe da. Ich kenne sie ja auch persönlich. Eine sehr, sehr nette Truppe. Also mir gegenüber zumindest. Ja. Deswegen denke ich eigentlich auch, dass er auch zu einem Gespräch bereit wäre. Ich kann ihm das gerne vorschlagen. Ich hoffe es. Ich meine, klar, jetzt hat es halt immer ein Stück gequalmt so zwischen den Fronten. Ist egal, aber jeden Krieg. Guck mal, ich sage dir mal, wir müssen das ja nicht so machen wie unsere Politiker. Wir können es ja cleverer machen. Ja. So, wir nehmen einfach den Weg des Friedens, anstatt den Weg des Kriegs und anstatt dem anderen jetzt zu sagen, ja, das und das ist scheiße, du bescheiße. Ja. Nein. Wir nehmen beide Parteien, setzen die an einen Haufen und dann sagst du einfach, okay, jetzt fang du mal an und jetzt fängst du mal an. Genau. Ja, absolut. Und wenn jemand sagt, ich bin nicht bereit dazu, zu seinem Gespräch, dann siehst du ja, was dabei rumkommt. Das zeigt uns ja auch die Politik gerade. Ja. Weil der Scheiß mit Ukraine und Russland hätte schon lange geklärt werden können. Erstens, wenn sich gewisse Leute einfach rausgehalten hätten. Ja. Und zweitens, wenn einfach beide etwas ein bisschen lockerer wären. Ist sehr krass reflektierend auf die Geschichte, die da abgelaufen ist. Ich will das jetzt gerade nicht relativieren. Das sind natürlich zwei absolut unterschiedliche Ausmaß, aber es ist doch irgendwie... Im Ende des Prinzips dasselbe. Ja. Weil es führt zu nichts. Im Ende des Tages, gerade auch für die Leute, finde ich ganz, ganz, ganz starke Aussagen, geiler Spruch. Wenn der Schuh passt, dann ziehen wir an zu einer Relle, ne? Absolut. Das ist einfach so. Genau. Also in dem Fall, wenn du dich da wieder siehst, dann wird das wahrscheinlich auch daran liegen, dass das so ist. Ja. Und bitte, wenn dieses Gespräch organisierbar ist, wir sind absolut down dazu. Absolut. Wir werden Gott und die Welt in Bewegung setzen dafür. Weil, und das war auch von vornherein der Punkt, der anscheinend geisteskrank geworden ist. Wir wollen das verstehen. Genau. Und zusammen eine Lösung finden. Exakt. Und das ist es, eine Lösung zu finden und nicht im Krieg anzetteln und dann den Laufen, so einfach laufen lassen. Weißt du, weil die Community von denen, die sind halt auf Social Media, TikTok immer ganz stark immer beleidigend. Das können... Ah, volle Leute. Das ist eine Ahnung. Schnapp dir mal so einen Buben, Alter, face to face. Ja. Der kriegt den Mund nicht auf, verstehst du? Das ist halt einfach, das ist halt einfach diese Generation. Keine Ahnung. Entweder bin ich schon alter Mann geworden, ich weiß es nicht, aber das ist halt einfach so, dass im Internet alle eine große Schnauze haben, alle wollen sich cool darstellen vor den kleinen Mädels und keine Ahnung was. Aber wenn es darauf ankommt... Ja. Auf jeden Fall. Und eben den bewusst zu machen, dass solche Dinge Ausmaß auf die Tuning-Szene haben. Das Problem ist aber auch in unserer Regierung, wir werden ja verallgemeinert, Raser werden verallgemeinert mit Posern und Tunern. Dieser Begriff Poser finde ich sehr interessant. Was heißt Posen? Ist Posen schlimm? Ernst gemeint, Frage. Oder was versteht man? Was ist für die Menschheit Posen? Also Posen könnte ja auch einfach schon sein, dass man einfach mal die Köhe hoch und runter fährt. Das ist ja nicht schlimm. Das ist jetzt, glaube ich, so der Allgemeinbegriff. Also halt... Ja, aber Poser wird ja als negativ dargestellt. Das auf jeden Fall, weil es damit halt oft verbunden wird, glaube ich. Die Leute, die in der Innenstadt an der Ampel stehen, haben sich ein Fahrzeug gemietet oder was weiß ich. Das ist so ein Thema, da will ich gar nicht erst auf. Nee, da will man echt nicht mit anfangen. So, aber ich glaube, viele Leute sehen sowas als Posen an. Weißt du, was ich, glaube ich, als Posen sehe? Boah, ich sag da, ich werde jetzt gesteinig sein. Boah, ich werde jetzt ab. Ich werde jetzt einen Typen, der zu seiner Meinung steht. Das ist der Neid der Besitzlosen. Ganz einfach. Ja. Ob du es glaubst oder nicht? Kann ich verstehen. Lass mal das Auto weg. Oder beziehungsweise meine Erfahrung, wo ich noch in der Firma gearbeitet habe. Boah, das war ein Neid, ein riesengroßes Thema. Ein junger Kerl. Das ist dieser Konflikt zwischen Generationen. Unsere Generationen finden es cool. Alte Generationen denken, was soll ich davon angeben? Das hat nichts mit angeben zu tun. Und ich bin stolz darauf, was ich mir in diesem Alter, konnte sich mein Papa nicht leisten. In dem Alter, was ich mir jetzt bis jetzt alles aufgebaut habe. So, und meine Kraft kam immer daher. Ich wollte immer geiler, immer besser sein als mein Papa. Ich will immer so ein Update reißen. Aus der Familie hat es noch nie einer ins Fernsehen geschafft. Ich habe es geschafft. Von uns in der Familie hat niemand das und das geschafft. Wir haben viele in der Familie, die echt was gerissen haben. Beruflich, karrieremäßig, auch meine Schwester. Und meine ganzen Cousinen und Cousins und sowas, die sind halt auch Deutsche Bank hier ganz oben und da und da. Ich bin so der Ausreißer. Das ist aber irgendwie auch geil. Nee, auf jeden Fall. Ich bin so das schwarze Schaf. Kennt ihr dieses Ding, wo die da sagen, das schwarze Schaf rufst du an, wenn es dann richtig knallt. Ja, genau so einer bin ich. Also ich muss echt sagen, ich kann das verstehen. Und stolz finde ich auch, ist absolut eine Eigenschaft, die darf man tragen. Definitiv. Das finde ich auf jeden Fall. Ich finde wohl auch Posen, dass es oftmals so unterschiedliche Verständnisse hat bei Leuten, das ist schwierig zu verallgemeinern, obwohl es halt immer verallgemeinert wird. Es gibt eigentlich nichts Konkretes. Aber viele denken immer, okay, die anderen meinen das auch, was ich meine. Aber ist das schlimm, wenn ich dir sage, glaubst du mir, wenn ich dir sage, ich sehe das einem Menschen am Blick an, ob der es mir gerade gönnt oder ob er einfach nur abgefuckt über sein Leben ist? Oh nee, das glaube ich. Ich sehe das einem Menschen an. Doch. Glaubst du mir, ich habe oft so Diskussionen. Auch wenn wir an der Ampel stehen und ich sehe jemanden, der sagt da irgendwas. Mich juckt sowas prinzipiell nicht. Aber das ist dann der Punkt. Wir fahren ganz langsam irgendwo her. Ganz langsam. Leise. Leise. Klappen zu. Das Ding ist leiser als original, wenn die Klappen zu sind. Das finde ich super. Du provozierst nicht. Du machst nichts. Du kommst einfach nur mit einem auffälligen Auto langsam. Deutlich langsamer, als du fahren darfst. Um die Ecke. Dann schütteln die Leute schon den Kopf. Hier ist 50. Nicht 100. Oh, das hatte ich auch so oft mit meinem Zirnweg. Juh, weil der, also. Nein, du musst das nicht, weil das krass aussah. Ja, das war schon mal als erstes. Aber wenn, also mein Ausdruck war halt am Arsch. Dann muss man so sagen, der war komplett auf. Große, Alter. Genau. Dann fährt man wirklich mit 20, 30 irgendwo lang. Also gut, grüße an die Schule, da war es nicht so. Bist du doch viel tiefer? Nein, nein, nein. Versteckst du nicht? Da hat's dann. Was kann ich nur da annehmen? Die noch nie in der Telefon. Ja, der Zirnweg, der Fahrer bekannt. Und die dreht halt auch laut. Ja. Aber da bin ich dann teilweise auch in Köln oder so damit unterwegs gewesen. Da fährst du wirklich, wirklich langsam lang. Aber weil's laut ist, denken viele Leute direkt, boah, der fährt zu schnell. Muss ja so sein. Nee. Das ist ein witziges Thema, wo du es gerade sagst, wir zu schnell fahren. Wir hatten dasselbe. Am Gestikulieren, am Auslassen, am Diskutieren. Ich war so langsam, Alter. Ich muss das Ding sogar noch rollen lassen. Weil sonst wäre ich viel zu weit vorne stehen geblieben, als wo der Typ stand. Ich bin mir ans Fenster gefahren. Ich frage, guter Mann. Ich hab wirklich so gesagt, guter Mann, was ist das Problem? Du rast hier wie ein Beklopter. Ich sag, Sekunde mal. War es gerade laut oder bin ich gerast? Du bist gerast und das Ding ist viel zu laut. Okay. Alles klar. Da gibt's zwei Optionen, die du machen kannst. Du beendest die Diskussion. Oder du startest die Diskussion. Ja. Glaubst du, wenn ich dir sage, wir sind rechts rangefahren, wir sind ausgestiegen, ich hab die Diskussion angefangen? Ich glaube, ja. Ich hab dem Opa, der war jetzt nicht alt, der war um die 50, sondern ich hab eine Diskussion mit dem angefangen. Ich hab gesagt, verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin jetzt nicht ausgestiegen, weil ich hab direkt schon in der Mimik gesehen, oh, der dachte jetzt, dass es knallt. Nein, um Gottes Willen, man darf meine Blicke manchmal einfach nicht falsch verstehen. Ich bin eigentlich ein Mensch, mit dem man immer reden kann, egal worum es geht. Ich sag mal so, man muss nicht unbedingt eine gewisse Seite rausholen, aus den Menschen, aber prinzipiell kann man mit mir immer über alles reden. Ja. Ja, also wirklich über alles. Und, ähm, bist du rüber der Mama da, verstehe ich keinen Spaß. Du bist ja, ähm, Grenzen setzen. Grenzen setzen, genau. Thema Grenzen setzen. Und ich hab mich wirklich dahingestellt und hab zu ihm gesagt, gucken Sie mal. Ich hab mein Fahrzeug schon rausgeholt, ich hab den Ordner rausgeholt, den kann ich euch gleich auch übrigens zeigen, das ist so ein dickes Ding. Ja, geil. Und hab ihm alles detailliert erklärt. Was cool war, er hat zugehört. Das fand ich schon mal schön, das fand ich schon mal gut. Und hab ihm gesagt, ich soll, gucken Sie mal, das ist erlaubt, das ist legal. Und wir sind nicht schnell am Faden. Seien Sie mal ganz ehrlich. Und im richtigen, ruhigen Ton. Dann spürst du auch nicht nur das, was du sagst, sondern wie du es sagst. Interessant. Und dann hab ich dir das in einem ganz ruhigen Ton erklärt. Und dann irgendwann hab ich gemerkt, okay, er wird so ein bisschen lockerer, er hat nicht mehr so die Angst und so. Gut, wenn da zwei Schwarzköpfe die tätowiert sind, aussteigen, ne. Klischee halt. Da denkst du immer erst, okay, da passiert jetzt was. Um Gottes Willen. Nicht immer alle über den Kamm scheren. Und dann hab ich ihm halt alles erklärt, ins kleinste Detail, hab ihm gesagt, kommen Sie mal mit. Und dann hab ich gesagt, steigen Sie mal ein. Er setzte sich auf den Beifahrt, er sagt, nein, hier haben Sie den Schlüssel, das kann ich nicht machen. Ich hab gesagt, Sie sind Frau versichert, dass jeder Fahrer ab 19 Jahre oder mindestens ein Jahr Führerschein ist Frau versichert. Ich sag, wir fahren jetzt gemeinsam einmal die Leinbachstraße hoch. Er guckte mich an und dann hast du von einmal so diese Freude gesehen. Er fing so richtig an zu grinsen. Und das ist der Punkt, wo ich dann verstanden hab, es geht gar nicht darum, ob es jetzt legal ist. Es geht nicht darum, ob das Auto jetzt zu schnell ist. Und weißt du was, der entscheidende Satz kam ganz am Ende, wo er zurückgefahren ist. Vielen Dank für dieses Erlebnis. Du hast mir gemeint, Leben gerade bereichert an Erfahrung. Ich fand das richtig toll. Ja. Ich hab gesagt, ich soll sehen so. Und genau das war mein, das war das, was ich versucht hab gerade. Ja. Weil er sagt, ja, ich hab mein Leben lang gearbeitet und ich kann mir sowas dann nicht leisten und das ist scheiße. Ich verstehe das auch, mir tut's auch leid. Ja. Aber du darfst nicht vergessen, was ich dafür tue und was ich dafür bereit war, in den Sand zu setzen, worauf ich alles verzichtet hab, um mir diesen Spaß irgendwann zu erlauben. Er zum Beispiel, der Kollege da hinten, der weiß ja auch noch von einem anderen Auto. Wenn's mir ums Posen, ums Angeben geht, dann nehme ich das andere Auto. Mhm. Das nix dran verändert, ist ein originales Auto. Ist halt ein auffälliges Auto, auch sehr auffällige Farbe, so, aber ist halt eine Poser-Karre. Ja. Mit der Karre fährst du an der Kö. Ja. Sag ich immer so. Da kannst du dich so sehen lassen, da fällst du auch nicht auf. Ja. So, das ist aber, ich will zeigen, dass Deutschland, dass legales Tuning auch möglich ist und auch übertrieben möglich ist. Ja, das ist... Gewisse Dinge muss man, muss man halt einen Tod sterben, leider. Ja. Aber wenn du das Ding so siehst, denkst du, ist das legal? Äh, nee, klar nicht. Denkst du im ersten Moment nicht? Ja. So, und das hab ich ganz oft gefragt, ich stelle, äh, Frage bei mir im Livestreams. Ja, das Ding ist doch niemals legal. Denkst du, ich bin so dumm und würde gewisse Videos zeigen, wo das Kennzeichen zu sehen ist, wenn's nicht legal wär? Ja. Ich weiß, dass die Polizei zuschaut. Ich weiß auch, dass die Polizei sich mal in den Livestreams anguckt. Deswegen weiß ich natürlich auch ganz genau, was ich sagen muss. Mhm. Ich bin nicht dumm so, wenn ich da Kommentare, ey, kannst du doch nicht im Internet machen, die nehmen dich doch direkt. Hoppst, nein, ist das doch erlaubt. Ja. Also, befass dich doch erstmal damit auseinander, guck, was legal ist, was erlaubt ist und dann macht den Mund auf. Find ich aber, das ist ein so mega Leitsatz dafür. Einfach mal zu zeigen, was auch übertrieben, sag ich mal, in Deutschland möglich ist. Ja, ist es. Sehr cool. Definitiv. Und es ist eigentlich viel möglich, wenn man seinen Kopf ein bisschen einschaltet und auch, ich sag auch ganz offen und ehrlich, ich nutze auch sehr viele Grauzonen aus. Ey, da, ganz ehrlich. Aber nicht drüber zu streiten. Aber das ist, seitdem ich in der Steuerbranche arbeite, da brauche ich dir gar nichts zu erkennen. Ich meine, der war ein Aufstieg. Ich kann dir genau sagen, warum die Gesetze so krank in Deutschland sind. Weil die Deutschen sind die Meister in Grauzonen finden. Und was muss das Gesetz machen? Die Grauzonen schließen. Also geht es immer weiter. Das ist geil, aber gewisse Sachen heben sich dann wieder aus. Ich kann es in der Grauzone nicht schließen. Und du sagst dir, auch wenn es vor Gericht geht bei mir, im Endeffekt bekomme ich recht, weißt du, warum? A, entweder gibt es kein Gesetz dafür oder B, ist es nicht klar definiert. Ja. Ganz einfach. Das ist der perfekte Gesetz. So, Scheibe zum Beispiel. Fällt euch was auf an der Scheibe? Okay, jetzt sieht man es vielleicht nicht auf irgendein Licht. Aber du kennst die Scheibe auch zum Beispiel jetzt ohne. Ist halt so richtig bläulich. Das ist die Klimakomfortscheibe. Das ist eine geflutete Klimakomfortscheibe. Legal. Da bin ich mir gesagt, das ist Folie. Ich weiß, die kann man auch folieren. Ja. Aber ich habe eine Sonnenallergie. Ja. Habe ich auch. Achso. Gibt viele Menschen, die da. Meine Mutter hat es wirklich. Also jetzt von Scheiß. Ja, ich auch. Hast du echt? Ja, total. Dann darfst du es auch. Dann müsstest du das. Ich sehe aus wie ein Gecko, wenn ich in die Sonne gehe. Dann nimmst du das als Attest, gehst zum Folierer und sagst, du kannst dann zum Beispiel legal deine Scheiben tönen. Zu 35 Prozent, glaube ich. Ja, das kriegt 39. Meine Damen und Herren. Kannst du googeln? Genauso wie es heißt, Nost ist verboten. Nitro kriegst du nicht eingetragen. Nitro kriegst du eingetragen. Barmusgerät. Nein. Scheiße. Google das mal. Echt? Kann das einer von euch gerade mal schnell googeln? Roman, google. Krieg dann Nitro eingetragen. Während du googelst. Hose richten Alter. Können wir eine Pause machen? Ja, können wir machen. So, wir haben jetzt mal gerade offiziell, das ist der allererste Podcast. Der allererste Podcast, wo wir mal eine Pause kurz gemacht haben, weil es einfach super notwendig war. Man muss halt sagen, hier in der Halle ist es orange kalt, aber das ist halt, jeder, der eine eigene Halle hat, weiß, eine Halle zu heißen, ist wie Geld anzünden. Das heißt, wir frieren einfach ein bisschen. Ja. Mal das Video auf mich lang. Ja, genau. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die finde ich mega geil. Das bereitet das Team normalerweise immer vor. In dem Fall jetzt auch. Und zwar, das sind Kurzfragen, die ich total geil finde. Und zwar, ist auch ein bisschen geklaut, aber du darfst nur noch fünf Autos in deinem ganzen Leben besitzen. Welche wären das? Da kommt auch danach nichts wieder. Und bitte. Ganz einfach. Fangen wir bei Audi an. Sollen wir das so staffeln oder? Ne, staffeln wäre asozial. Ganz klar ein GT3 RS. Ganz klar. Ganz, ganz oben. Wenn ich mir irgendwann mal kaufen kann, jeder lacht. Ich werde mir dieses Ding kaufen. 100%ig. Ein RS6. C7. Eine Brabus G-Klasse. Na man, wie steht? 800er, 100%. Ja. Warum kein 900er? Weiß ich nicht. Ich finde in 800er irgendwie, auch wenn er sich optisch nicht viel tut. 800er. Das ist einfach so. Wohl 900er, das ist höhere, ne? 900er, 4,5 Liter, großer Umbau, alles gemacht. Und dann... Liegen wir da preislich? Oder ist preis kein Geld, keine Rolle? Ja, preis bist du auf jeden Fall, da bist du da deutlicher Unterschied. Also ein 800er bist du so bei Motor-Ombau circa bei roundabout 35.000 Euro und bei einem 900er bist du dann bei roundabout 90.000 Euro. Dann nehmen wir den 900er. Ja, auf jeden Fall. Deutlich besseres Konzept, ja. Guter Verkaufspann. So, da haben wir jetzt drei, ne? Ja. Dann haben wir noch den hier. Ja. Dann sind wir bei vier. Bei den werde ich, glaube ich, wahrscheinlich nie in meinem Leben abgeben. Boah, ganz, ganz schwierige Frage. Das letzte Auto. Also es werden so drei Autos, die ich mir wirklich irgendwann so... Nennt mal so ein paar Marken, vielleicht kriege ich dann so einen kleinen Klatsch. Boah, was ich richtig, richtig geil finde, ist ein Lexus. Jetzt weiß ich auch wieder was. Nee, 34. Okay. Ja, okay. Fair. Ja. Ja, das ist schon was altes, cooles, klassisches. Ja. Was hast du da so Rubrik, so ein bisschen was? Ja. Wenn du mal Bock hast, so ein bisschen... Ja, genau, so einen kleinen Ballermann. Kleinen Ballermann, dann nimmst du den. Ja, das wär's. Ja. Finde ich, finde ich, ist eine absolut gute Sammlung. Also ich glaube auch gerade, und das muss ich halt auch einfach mal wieder sagen, geschmackstechnisch, ne? Ich denke mal, viele Leute werden deinen Geschmack anzweifeln, weil die dann sagen, ja, alles klar, Körmus, Bruder, etc., pp., ich denke mal, das hat schon alles gehört. Geschmackstechnisch ist das aber sehr gut. Und zeigt dann einfach wieder, ne? Thema Weitsicht. Da ist halt was hinterher, also man sucht sich ja nicht umsonst solche Fahrzeuge aus und ich finde einfach, du hast, am Ende des Tages hast du auch einfach mal komplett alles durchgestoffet, ne? Genau. Du hast halt wirklich für jeden Bereich eine Auto. Exakt. Ja. Und dann kannst du berghoch fahren, Thema G-Klasse. Genau. Amelie mitnehmen, Thema Kombi. Ja. Wenn du eine gewisse Ausstrahlung aufstrahlen möchtest, fährst du so eine G-Klasse. Ja. Wenn du zeigen möchtest, dass du es im Leben gut geschafft hast, dann holst du den GT3 RS. Ja. Natürlich mit weißer Paket. Ich weiß auch, boah, ich hab schon... Aber der 902, ne? Der 902? Ja. Das ist ein geiles Auto. Das ist ein wunderschönes Auto. Ich finde das Ding mal gefahren. Traum. Wird keiner vergeben. Der Omid hat mich mal gefragt, hier, der Omid Musant, wenn du dich entscheiden müsstest, das Geld spielt jetzt keine Rolle, GT3 RS, also welches Auto willst du dir holen? Ich sag zu dem GT3 RS, der guck mich das an, Digga, du kannst auch einen Bugatti und sowas. Ich sag ein GT3 RS. Das ist eine krasse Entscheidung. Ja. Also das Auto ist für mich, boah, wenn ich mich nur für ein Auto entscheiden muss, dann würde ich sagen, GT3 RS. Verständlich. Du nimmst ja dann klar die Kompromisse, du würdest wahrscheinlich eine Dachbox da oben drauf klatschen, aber du nimmst dann die Kompromisse, dass da halt wenig Alltagstauglichkeit in dem Wagen ist, aber... Das ist scheißegal. Ja. Das ist dann halt... Da fahr ich... Und scheiß, ich fahr Bus. Ich würde Bus fahren, aber ich würde dafür, dass sie mir sitzen wollen. Ja. Und so für gute Tage dann rausfahren. Kein Scheiß. Nein. Und das wäre jetzt so fett gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde das Ding Serien lassen. Ich habe schon genau im Kopf, wie ich das mache wohl. Aber das Gute ist, es ist für mich fast perfekt. Ja, das stimmt schon. Das ist eigentlich so das perfekte Auto in allem. Du kannst am Jogger einsteigen, aber du kannst auch im Handzug einsteigen. Ja, da kannst du halt offiziell einfach nichts hinzufügen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr krass. Thema Tuning-Szene. Hatten wir angesprochen. Finde ich super interessant deine Meinung dazu. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, du gehst da sehr versiert ran. Also man merkt, dass du da einfach... Das ist einfach die Erfahrung, die da aus dir rausspringt. Da wir sehr viel negativ gesprochen haben. Was magst du denn momentan extra immer in der Tuning-Szene? Die Frage, was ich nicht mag, ist wahrscheinlich einfacher zu beantworten. Die Frage, was ich mag, lässt sich ganz kurz und knapp. Ist aber auch mit dem Nachteil verbunden. Das ist es. Das ist eine ganz schwierige Frage. Was ich an Tuning liebe, beziehungsweise an der Tuning-Szene an sich liebe, diese Vielfältigkeit. Du holst dir viele Anreize in gewissen Dingen. Du siehst erstmal, wie geil man oder was man aus einem schäbigen Auto eigentlich was Geiles draus machen kann. Also ich sehe Autos, wo ich mir denken würde, würde ich nie im Leben kaufen, würde ich nie im Leben umbauen. Dann siehst du das Ding und denkst dir so, boah krass, hat der geil hingekriegt. Und da sage ich dir ganz ehrlich, spielt das keine Rolle, ob das Ding 10.000, 5.000 oder 3.000 Euro kostet. Ist wirklich, ich habe Autos gesehen, wo ich mir sagen würde, niemals im Leben würde ich mir so ein Ding kaufen. Und dann sehe ich das und denke mir so, boah geil, der hat das geil gemacht. Du siehst so voll, das ist er. Bis ins Detail, jede Kleinigkeit richtig fett. Und dann der Vibe, du fährst so in andere Länder und fährst in andere Städte. Ultrace, bestes Beispiel in Polen. Ich liebe das. Ultrace an sich ist da mal nicht mal so richtig interessant, sondern das, was drumherum passiert. Du hast nur so Gacke wie du so um dich herum. Selbst die Polizisten sind so Gacke wie du. Wenn ich die vergesse, ich stehe an der Ampel, da kommt ein Streifenwagen, polnischer Streifenwagen, nehme ich, gucke mich so an. Und ich denke mir so, fuck, 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 du bist gefickt. Und der Polo so, Gacke. I said, no. Und er sagt so, make Gacke. I said, no, then you fuck me. And they said, no, no, I want to show my friend. Ich habe durchgeladen, ich schwöre es nicht in meine Hand. Ich habe die Anstelle schon klicken gehört. Und der nächste Ampel, nice brother, nice. Das wirst du niemals in Deutschland erfahren. Niemals im Leben. Obwohl ich sagen muss, auf der Autobahn, jetzt vor zwei Wochen, wo ich aus München zurückgefahren bin, eine Streife, irgendwann mal Baustelle die ganze Zeit, alle fahren, die sehen Streifenwagen, die fahren natürlich alle 70, wo 80 ist. Oder 60, oder bleiben am besten ganz stehen. Ich denke mir so, 80, das kann es auch 90 fahren, so die klackigen 10 zu schnell, ne? So, sondern GPS gemessen, 4, 5, 6 kmh. Wir an den Polizisten vorbei, natürlich Klappe offen. Und ich wusste nämlich, dass so ein 200 Meter so unbegrenzt kommt, ne? Ich so, erster Gang runter, zweiter Gang runter, dritter Gang runter und dann volle Kanne durchgeladen. Der Polizist, ich sehe, der 5er BMW gibt auch Gas. Was so, fuck, das war vielleicht doch nicht so clever so. Vielleicht nehmt ihr das jetzt als Provokation an, aber eigentlich ist es ja rechtens, ich habe ja nichts verboten. Und dann fährt er rechts neben mir. Ich denke, es kommt bestimmt Stoppolizei oder sonst irgendwas. Der Kerl, er steht neben, er macht Original D. Geil. Und da war wieder die Hoffnung da für die Polizei. Ja, der hat bestimmt noch ein gutes Leben. Der war geil, der war echt geil. Die Grüße gehen raus an den Polizisten, falls er das mal sehen sollte. Top Kinder, schöne Frau. Ja, der ist ausgeglichen, der Kerl, ja. Der nutzt seinen Job nicht für andere Sachen aus. Ja, ich finde ganz ehrlich, ich kenne ja selber ein paar Polizisten, die gehen halt einfach in dem Job auf, weil sie es halt auch als Kind sich schon gewünscht haben. Klar. Die sind halt Ordnungshüter, weil die das gerne machen. Es gibt halt auch Leute, die sind halt Ordnungshüter, Größe geht nicht raus, die halt dann damit was kompensieren wollen. Genau, und davon kenne ich genug Leute. Ganz viele. Weißt du, was ich jetzt asozial mache? Jede Kontrolle. Der Spiegel zeichnet alles auf. Jedes Gespräch, jedes Wort, alles. Und ich habe mir geschworen, ich bin eigentlich echt immer ein höflicher, respektvoller Mensch. Aber wenn ich merke, es fängt an, in die Schiene zu gehen, Schikane, dann werde ich ein richtiges Arschloch. Ja. Und ich habe kein Problem damit, das öffentlich zu posten mit Gesichtern, dann zahle ich eine Strafe. Ja, aber sowas ist auch... Aber ich sehe es nicht ein, dass so Leute ihren Job dafür ausnutzen können, um mir ans Bein zu pissen. So, ihr wollt, dass wir uns an die Regeln halten. Okay, wir halten uns an die Regeln. Warum jetzt ständig Kontrollen, wenn ihr das Auto schon tausendmal kontrolliert habt? Ja. Damit ihr mir am Ende sagt, ja, okay, passt, fahr weiter, zwei Stunden Kontrolle, sehe ich nicht ein. Ja, verstehe ich total. Absolut. Sollte man öfters so machen. Ja, dann zum Thema Events. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir können es ja recht gut mittlerweile beurteilen. Wir haben jetzt auch Erfahrungen mit Events gemacht. Gibt es Events, wo du sagst, das ist jetzt gerade schon mit Old Race angeschnitten, wo du dieses Jahr auf jeden Fall A bist, wo die Leute dich finden, sehen können und gerade die Events, wo du sagst, da müsst ihr unbedingt hin, das ist mir im Kopf gemeben, weil es einfach der Oberhame ist. Ja, der gibt es definitiv. Also die ganz klassischen Turing World Bodensee, mega geil. Der Vibe ist einfach geil. Also auch nach der Messe so, du bist vertot danach, so jeden Tag. Ist halt wirklich so, es ist echt anstrengend. Zwar, letztes Jahr waren das so die ersten Messen, die ich dann so wirklich mitgenommen habe, weil ich mich vorher aber auch nicht getraut habe. Aber der Vibe ist geil. Wenn du mit den richtigen Leuten eingehst, ich sage auch immer, es sind die Menschen, die es ausmachen. Du kannst die beschissensten Drecks, aber du kannst auch die Halle fegen, den ganzen Tag auf Knien. Wenn du einen coolen Freund dabei hast, macht es Spaß. Ja, das stimmt. Überall. Wie gesagt, Turing World Bodensee, PS der Hannover, auch mega geil, mega geile Erfahrung, mega coole Menschen kennengelernt. Essen am Motor Show, ganz klar, top. Ultrace, ein absolutes Muss für jeden Gag. Nimmt euch fünf Tage Urlaub, fahrt da runter am Montag oder wann das auch immer anfängt. Bleibt fünf Tage da, drei Tage, die da vor Anfang sind, mega. Und die Tage danach sind auch mega, so die ein, zwei Tage. Da ist die Polizei auch übelst entspannt, aber ich verspreche dir, sobald diese Tage rum sind, sind die wieder Polizisten. Und wenn sie da Uniformen, die sind cool drauf, die respektieren das, die sind auch die Polen, die haben ja auch richtig Spaß an Autos und sowas. Die sehen, dass alles ein bisschen locker war. So, was gibt es noch für ein Event? Sogar Italien war ich leider dieses Jahr, letztes Jahr nicht. Ich habe es zu spät gesehen oder Kroatien, ich weiß nicht, wann das genau war. Boah, auf den Videos am Strand, richtig fett. Da fahre ich dieses Jahr tausendprozentig hin. Qualitätsmäßig geile Autos. Darauf geschissen. Und wenn da nur Müll stehen würde. Location, zehn von zehn. Ich habe ein paar Freunde, die eingefahren sind und die haben gesagt, hast du was verpasst? Hättest du eingekommen? Und ich denke, so scheiße und ich war kurz davor zu fahren. Na, okay, gut. Das sind so die, auf jeden Fall die wichtigsten. Dann gibt es halt natürlich die kleinen Treffen, wo ich aber auch immerhin gerne hinfahre. Ja. Was ist so, gerade weil wir uns ja auch in dem Raum von kleinen Treffen bewegen, was ist dir da so stark im Kopf geblieben? Sea Ground. Vom Dirk Lange. Krass. Auch ein Kumpel von mir, auch sehr geil. Auch geile Location, schön am Strand. Oder am See oder keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall das Wasser. Dünne. Genau. Wasser und witziges Gimmick. An dem Tag habe ich mir dann die Dachbox mal runter gemacht und habe mir ein Boot oben drauf geknallt. Geil. Ja, so ein Kanu. Ja. Ich bin dann mit dem Kanu, Alter, mit 200 Sachen über die Bahn geballert. Finde ich geil. Ja, fanden die Leute hinter mir nicht so geil. Das ist alles schlimm. Die alle am Fernlicht waren. Ey, was hast du für ein Gestörter? Aber wir haben das ja echt gut fixiert. Ja, natürlich. Ist ein Statement. Ja, Mann. Okay. Also, gibt es irgendwas, was du sagst, was du noch unbedingt ansprechen möchtest, kommunizieren möchtest? Irgendwas, wo du sagst, das mich einfach mal raushauen. Da gibt es so ein, zwei Sachen, die, glaube ich, jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand akzeptiert, respektiert und umsetzt. Viele Leute denken, ich kriege das selber mit. Es ist echt krass, wie meine Reichweite gewachsen ist. Ich freue mich, ich mache mich stolz. Du gehst irgendwo hin, du wirst erkannt. Egal, ob es Kinder sind, ob es Ältere sind, spielt keine Rolle. Komm zu dir, können wir ein Bild mit dir machen. Du bist am Einkaufen, du denkst da gar nicht mehr so gerade irgendwas an Auto. Jetzt können wir ein Foto mit dir machen. Ich finde dein Content cool. Und bist ein Vorbild für mich. So Aussagen, die reifen, lassen dich reifen. Und die ändern auch so ein bisschen so, da zu denken auf gewisse Dinge. Das finde ich mega, 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 mega toll. Und das muss auch unbedingt so bleiben. Das Wichtigste für mich ist aber, es spielt niemals eine Rolle. Weil ich kriege das immer mit, wenn dann Leute sagen, ja, ich fahre aber nur einen Opel Corsa. Ich traue mich nicht, mit dir zu reden. Ey, mich interessiert das ein Scheißdreck. Und wenn du gar kein Auto hast. Wenn du dich für dieses Hobby interessierst, das ist das Einzige, was uns verbindet. Und das ist das Wichtigste. Und dann haben Leute Angst, auf irgendwelche Treffen zu fahren, weil sie Angst haben, von den Leuten fertig gemacht zu werden. Und das kann es nicht sein. Ich sage dir ganz ehrlich, ohne jetzt zu prallen oder auf die Kacke zu hauen. Wenn ich wollte, kann ich noch viel mehr. Viel, viel mehr. Ich mache es aber nicht. Und ich zeige auch nicht die anderen Autos. Einfach aus dem Grund, damit ich nicht in dieses Milieu reingerate, über das man denkt, ich wäre arrogant. Omid, bestes Beispiel. Der Typ ist Multimillionär. Der hat die fettesten Hypercasts der Welt da stehen. Das ist einer der bodenständigsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Das ist so ein cooler Typ, so menschlich korrekt, auch Z. 1,5 Millionen Follower. Die telefonieren jeden Abend. Das ist so, wenn du scheiß mal auf das, was es nach außen ist, wenn du die Menschen so wirklich kennenlernst, oh mega. Mega, 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 mega. Deswegen nie Vorurteile haben. Nie jemanden auslachen, weil der vielleicht nur Felgen drauf hat. Er kann es sich vielleicht nicht leisten. Absolut. Aber nimm ihm doch nicht den Spaß an dem Hobby. Spar dir die negativen Kommentare. Natürlich, wir leben in Deutschland. Du kannst deine Meinung äußern. Aber warum denkst du, dass deine Meinung im negativen Sinne jetzt so eine wichtige Relevanz für die Gesellschaft hat? Lass den Leuten doch einfach ihren Spaß. Es war für mich auch sehr hart, sage ich dir ganz ehrlich. Ich brauche mich jetzt nicht freizureden zu haben. Mich hat das nicht gejuckt. Mich hat es richtig gejuckt. Dann habe ich aber einen weisen Spruch von einem bekannten Herrn aus der Szene bekommen. Der hat mir gesagt, du musst damit lernen, umzugehen. Du musst lernen, darüber zu stehen. Aber nicht jeder hat diese Stärke. Und viele verkriechen sich an das Thema Tuning, ebenweise halt, keine Ahnung, aus der Gesellschaft so ein bisschen ausgeschlossen werden und so irgendwo sich so ein Ventil suchen und anfangen zu schrauben. Der eine fährt in den Wald, macht Holz. Der andere fängt an, an seiner Karre zu schrauben. Der andere fängt an, an seinem Motorrad zu schrauben. Und das ist ein sau, sau wichtiges Thema, weil ich kriege das sehr oft auf den Messen mit. Ich will auch gerne hier hin und, aber ich traue mich nicht und ich will gar nicht, ich kann nicht mit meinem Auto oft treffen können, aber dann lachen die mich doch alle aus. Ja und? Der, der lacht, ist ein sehr schwacher Mensch. Der andere Menschen deswegen fertig macht und sagt, du, was fährst du denn da für eine Schrottkarre oder keine Ahnung was, macht man einfach nicht. Gegenseitiger Respekt und das ist sehr traurig, das hast du in der Szene nicht. Alle reden. Das Ding ist auch, ich habe es auch gemerkt, umso höher meine Reichweite geworden ist, umso mehr Scheiße wurde auch über mich erzählt. Dinge, ich habe sehr viel Fantasie, aber so viel Fantasie habe ich dann auch. Das ist mir so unfassbar. Ich habe Sachen über mich gehört, wo ich mir denke, krass, also ich bin dann erstmal so im Überlegen, wie kommen die da drauf? Also wo muss ich denen den Punkt gegeben haben, dass die sowas erzählen können? Sondern, das ist dann auch wichtig, also Reichweite ist nicht immer positiv, ist nicht immer gut. Ihr wollt auch nicht wissen, was ich manchmal für Nachrichten bekomme. Ja, es ist so. Aber da musst du drüberstehen. Das ist generell, das ist leider ein Thema, wo ich auch sehr leidig und viel momentan mit zu tun habe. Ja. Das ist ja am Ende des Tages mein Hauptjob, Leuten, deren Social Media zu verwalten und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ohne den Aspekt, dass es dann an mich gerichtet ist, aber wenn ich mir das manchmal anhöre, lese und versuche dann nachzuvollziehen, da würde es mir sehr grau. Also das ist sehr krass, darüber zu stehen. Niemals Menschen verurteilen, egal was er für Fehler gemacht hat. Ja, okay, bei gewissen Dingen hört der Spaß auch auf. Ganz klar, da habe ich auch meine Grenzen. Aber ich sage mal ganz vorsichtig, das, was wir alle so machen, ich vielleicht auch einen gewissen Ding mal übertrieben in der Vergangenheit, das ist scheiße gewesen. Wichtig ist, man lernt daraus. Und man macht das Beste daraus. Und niemals einen, also viele wissen gar nicht, was das für Auswirkungen für andere Menschen haben kann. Wenn du Freunde im Kreis hast, wo du weißt, die haben Selbstmord begangen, gibt es zwei Abzune, du kannst sagen, bist ein scheiß Freund gewesen, dass du es nicht erkannt hast. Oder du überlegst, wie das Ganze zustande kommt. Ich habe sowas erlebt. Deswegen, und wenn dann Leute sagen, egal, ich traue mich nicht, ich will das nicht und ich habe Angst, ich leite ein Bild hoch oder ich poste ein Bild in die Gruppe und die machen mich dann alle fertig. Die Leute, die einen fertig machen, das sind die, die schwach sind. Ja, das ist ganz schlimm. Also ich habe mal wirklich eine Sache gehört, die ich bis heute immer wieder an Leute zitiere, für die ich dann auch deren Social Media verwalte oder wo es dann halt einfach in diese Gespräche dann geht. Wo ich sage, du wirst niemals einen Hater finden, dem es besser gehen wird als dir. Nein. Never. Nein. Weißt du warum? Auch die erfolgreichen Menschen, die richtig erfolgreichen Menschen. Du wirst niemals einen Kommentar von so Menschen lesen. Warum nicht? Ich habe keine Zeit dazu. A, haben die keine Zeit dazu und B, interessiert es die einfach nicht. Und für mich ist es meistens auch so, gerade die Leute, die wissen, also gerade die Leute, die aus Scheiße kommen, wissen, dass eine Sache auch mal klein anfangen muss. Genau. Also das zu erkennen, ist ganz krasse Charakterstärke von ganz vielen Leuten. Ich sehe das ja auch, wie gesagt, immer wieder in den Kommentaren. Ah, der hat seine Karre gefickt. Ja und? Kauf ich mir neu, repariere ich. Ja. Zum Beispiel, weißt du, so klingt jetzt vielleicht ein bisschen so scheiße, aber es ist Fakt. Ja, ist so. Die können ja alle lachen mit dem Video, mit dem LKW. Wenn die wissen, wie viel Kohle damit rumgegangen ist, boah, da würden die sich abfacken. Können sie doch unter den Nase reiben, mache ich aber nicht. So und dann ist es wichtig zu unterscheiden, okay, begibst du dich jetzt auf das Niveau herab? Ich gebe auch manchmal auch, ohne mir einen Blatt vor den Mund zu nehmen, einfach meine Kommentare ab unter den Kommentaren. Ja, du bist ja voll unseriös. Ja und, wollte ich bei dir jetzt gegenüber seriös wirken oder was? Wer bist denn du, dass ich das sein muss? Bist du mein Arbeitgeber? Bist du mein Chef? Nö. Bist du ein Kunde von mir? Nö. Also. Ja. Und wenn du so schreiben kannst, kann ich es auch. Ja. Ja, das stimmt. Und dann immer so reflektieren, was mache ich und wie nimmt es der andere auf und das ist halt so ein Spiel, was sich immer wieder dreht und dreht und dreht und dreht und dreht. Wie gesagt, ich, ich hätte das nie vergessen. Und ey, alle Leute, die eine dicke Karre fahren, egal, nicht mal dick, wenn du sich ein kleines Kind das Auto anschaut, dann lässt du das Kind verdammt nochmal in der Karre sitzen. Ja, das ist das geilste Gefühl. Weil das macht richtig viel aus. Ja, also allein wenn man sich ja selber daran zurückerinnert, wie das denn für einen war. Aber als man das erste Mal in einem Ferrari, in einem Audi A8, was weiß ich, sich reinsetzen durfte, boah, das ist was ganz anderes. Und die Möglichkeit dann zu geben, das ist, glaube ich, das sollte das Ziel sein. Exakt. Und sobald ich diese Situation habe und die habe ich Gott sei Dank und ich bin auch echt stolz darauf und froh darüber, habe ich sehr oft. Egal, wie oft wir einen Siegen unterwegs sind oder so, das ist halt echt gerne, jederzeit. Jeder, der eine Runde mitfahren will, einfach an die Scheibe kommen, klopfen, steig ein. Absolut, das ist selten. Wenn du heute mal machst, dann wieso wird. Nein, wie gesagt, also man soll halt immer noch, ganz wichtig ist, du darfst den Spaß nicht verlieren, du darfst deinen Fokus nicht verlieren, so bleibt gerade, egal wie oft Leute auf dich eintreten, egal wie oft Leute, die sagen, du kriegst das nicht hin, du bist ein dummes Schwätzer. Machen. Einfach mal. Gar nicht von so Menschen beirren lassen. Wenn das deren Horizont ist, der sagt, das ist noch lange nicht dein Horizont. Sondern was willst du mit einem Fisch, der in einem Teich geschwommen hat, schmeißt dir mal ein Ozean. Was denkst du, wie lange der überlebt? So, und die Menschen, die wahrscheinlich hier so im Dorf leben und nichts anderes kennen wie das Dorf, sage ich dann mal so ganz vorsichtig, bitte, ich brauche gar nicht zu diskutieren. Erklär dir mal, dass die, dass hinter dem Dorf noch ein anderes Dorf ist, aber wenn die sagen, es geht nicht, es kann nicht sein, es gibt nur dieses Dorf. Wieder Thema Weitsicht. So sieht das aus. Weitsicht. Aber, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dazu, kurze Sensibilisierung. Das heißt nicht, dass alle Kritik nicht unangebracht ist und es ist ganz wichtig, da stark zu differenzieren. Genau. Reden wir hier gerade von aktivem Hass oder Kritik. Und das meldst du direkt in den Kommentaren. Genau. Weil es gibt auch Leute, da muss ich ganz ehrlich sagen, die lassen das auch aus und das nenne ich persönlich das Logan Paul Phänomen. Und dann muss es so hart krachen, dass sich einmal die ganze Menschheit hasst, dass dieser Schalter umgelegt wird von, ach ja, vielleicht war ich jetzt doch einfach zu tief in meinem Ding. Und das ist ein ganz geiles Thema, was du gerade ansprichst. Ich werde immer gesagt, ja, der kann nicht mit Kritik umgehen und natürlich kann ich mit Kritik. Sehr gut sogar. Und ich verstehe mich meistens sogar dann echt geil mit den Leuten danach. Ich habe unter einem YouTube-Video von einem Falk gelesen, da hat er irgendetwas reingeschrieben. Irgendwas Negatives. Aber, nee, nee, stopp. Das war ein anderes Video. Aber das Video beim Falk, da hat jemand was geschrieben. Respekt vollgefährlich gesagt, das ist gar nicht meins. Aber Respekt an die Arbeit, die dahinter steckt. Ich persönlich würde sowas zwar niemals machen, aber finde ich cool. Das ist was ganz anderes. Wenn einer sagt, scheiß Karre, Bastelkarre, hast du jemals in deinem scheiß Leben irgendwann selber gemacht? Hast du irgendwann selber gerissen? Klar, ich habe auch Unterstützung von meinen Eltern gehabt und sowas. Aber ich kann dir sagen, 90 Prozent habe ich selber gerissen. Ja, ne. Und da ist ja ein großer, großer Unterschied. Genau. Und wenn du dann alles selber schaffst und wie gesagt, ihr wisst ja ein paar Sachen mehr, die die Zuschauer halt nicht wissen müssen, so muss man nicht an die große Glocke hängen. Das ist das Wichtige. Definitiv. Das ist so wichtig, so, so wichtig. Ja. Deswegen ein bisschen mehr Liebe in der Szene, so ein bisschen mehr Respekt voreinander, miteinander, nicht nur, weil einer irgendwie gerade im Kommen ist, den Versuchen runterzuziehen oder den zu brechen oder den Versuchen ans Bein zu pissen oder Gerüchte erzählen, damit er irgendwo schlecht dasteht. Mit der Zeit klären sich gewisse Dinge sowieso. Aber dann hast du es dir bei einer Person, in dem Fall bin ich das dann, verschissen, lebenslang. Ja. In die Schublade, die du da rein schaffst. Also es gibt einfach Schubladen menschlich gesehen und ich denke mal, das ist bei dir genauso. Wenn du in die reinkommst, da kommst du entweder gar nicht oder nur ganz. Exakt. Ja, wieder raus. Aber weißt du, was das Geile bei mir ist? Ich gebe da einen Scheiß drauf. Ich bin so, wie ich bin. Man respektiert und akzeptiert mich so, wie ich bin. Dann kommen wir super miteinander klar. Aber ich dackele niemanden hinterher und ich bitte auch niemanden. Also das heißt bitten, aber ich krieche niemanden in den Arsch, damit er mich mag. Wenn er die Scheiße glaubt, die erzählt wird, dann soll er sie glauben. Ganz klipp und klar, ganz einfach gesagt. Aber ich bin so ein Mensch, den kannst du morgens um drei Uhr anrufen und sagen, du, wir haben ein Problem, wir kennen uns seit fünf Minuten, ich komme. Und das wird dir jeder bestätigen, auch die Menschen, die mich hassen und kennen, werden dir das bestätigen. Was ist so? Ersteres finde ich sehr witschig. Ja, aber absolut geil. Ich sage da immer, that is how the cookie crumbles. Referenz zu einer der geilsten Filme, die es dir jemals gab. Und ich finde, genau so sollte man es angehen. Mein Papa hat einen wichtigen Satz immer gesagt. Fang an zu gönnen und dann fängst du auch an zu ernten. Klar, ganz einfach. Ich kenne dieses Thema natürlich. Auch als kleines Kind, ich habe es nie verstanden. Meine Mutter und meine Eltern immer so, ja, die sind noch bestimmt neidisch. Das ist ein Neid. Ich wurde so nicht erzogen. Die kennen das nicht. Wenn jemand was anderes hat und was bessert. Es gibt genug Menschen, auch in der Szene, die ich hasse. Also ich hasse, aber die ich nicht mag. Ja, Aßen tue ich ganz, ganz, ganz wenige Menschen. Ja, weil die ich nicht leiden kann. A, weil sie entweder scheiße über mich erzählt haben oder B, wie sie sich manchmal zu gewissen Situationen halt geben. Und ich habe aber eine geile Karre. Und ich kann da ganz, ganz, ganz stark zwischen dir und zehn, die sagt, das ist ein Wichser, aber die Karre ist fett. Ich finde es mega, was er da aufgebaut hat. Und komischerweise kommt man dann genau dann zur Freundschaft. Ja, das ist schon das. Ja, finde ich krass. Ganz witzig, ich habe ihm echt viel geholfen in der Szene. Also richtig viel geholfen. Mit Messeplatz, mit allem drum und dran. Mit wirklich bis an die höchsten Etappen, die man da gehen kann. Der hat mich am Ende verarscht, von vorne bis hinten. Der hat mich überall schlecht geredet, mich fertig gemacht, Lügen erzählt und hin und her. Ja, aber ich bin so ein Mensch, wenn du mich kitzelst, fange ich an, mich mit dir auseinanderzusetzen, aber heimlich. Also nicht so, dass du es mitkriegst. Ich setze mich in die Ecke, Wochen, jeden Abend setze ich mich an den Rechner und ich glaube mir, ich bin sehr, sehr gut vernetzt. Ich denke, das ist ein Riesenvorteil bei mir. Ich bin richtig gut vernetzt. Und dann finde ich Sachen über dich heraus. Und wenn ich wollte, mache ich so, und dann bist du weg vom Fenster. Ist einfach so, ist Fakt. Ist kein Drohnen, ist kein Angst machen, nein, ist das einfach Fakt. Und das ist das. Das Beste, was mir immer passiert ist, immer ich werde brutal unterschätzt in allem. Ja, aber besser unterschätzt werden, als überschätzt werden. Genau. Und ich habe immer Angst. Ich wusste nicht damit umzugehen, so, ha, oh Mann, die nehme ich nicht ernst. Die denken, ich bin zu dumm dafür. Und dann denke ich mir so, Junge, bist du blöd, Alter? Das ist dein absoluter Vorteil. Riesengroßer Vorteil. Ein riesengroßer Vorteil. Und den habe ich jetzt angefangen zu nutzen. Ja, das ist gut. Ja, und dann bei den richtigen Leuten das richtige Wort dann gesagt und gezeigt und überzeugt und getan und dann hat sich das alles rentiert. Ja. Ja. Ja, so läuft das Leben dann manchmal auch mit den nicht erkennbaren Vorteilen. Ja, in welche Richtung. Das ist so. Und du musst immer versuchen, egal wie tief die Scheiße ist, egal in was für einer Situation du dich befindest, denk einfach dran, es ist eine Lehre. Wenn es Geld gewesen ist, ist es leer Geld. Aber alles andere nimmst du, musst du immer das Beste daraus wollen. Es bringt nichts, dich da aufzuregen, zu sagen, es ist jetzt, ach, scheiße, was soll ich jetzt machen? Es ist passiert. Ruhig bleiben. Was mache ich jetzt? Wie mache ich das Beste draus? Ja, definitiv. Krieg kriegst du mit Krieg nicht belegt. Also, du brauchst Ruhe, Klarheit und Geduld. Ja. Und dann macht es Peng und dann wirst du sehen. Das stimmt. Absolut. Ja, mega coole Worte. Also, ich denke mal, da können sich viele Leute einfach auch mal ein bisschen was rausziehen. Das ist generell so, finde ich, auch so ganz wichtig im Podcast zu hören und darüber nachdenken, wie man die Sachen, die man für sich wichtig findet in sein Leben implizieren kann. Genau. Ich glaube, da tust du auch vielen Leuten gefallen mit. Ja, dann habe ich wirklich jetzt einfach auch die allerletzte Frage. Du hast eine Minute Zeit. Giesel, Glück für dich aus. Boah, geile Frage. Glück ist, wenn jeder um dich herum, den du magst, gesund ist, genug zu essen hat und Spaß am Leben hat. Das ist Glück für mich. Geld ist wichtig. Keine Frage. Aber viel wichtiger ist es, Leute zu haben, auf die du zählen kannst und dir dieses Gefühl von Glück geben können. Und du musst dich selber lieben. Das ist auch wichtig. Wenn du dich selber nicht liebst, dann kannst du auch keine Liebe geben. Ganz einfach. Ja, absolut. Super krass. Also, unfassbar. Also, wenn das alle Leute verstanden hätten, dann gibt es nicht so viele gebrochene Herzen oder auch. Ja, pass auf. Und wenn du einfach mal anfängst zu überlegen, welche Fehler machst du und wie könnte es für den anderen sein, dann wirst du ganz, ganz viele Probleme von einfach klären. Ganz, werden sich so viele Probleme in Luft auflösen, weil du dir so denkst, so scheiße. Du musst lernen, aus mehreren Perspektiven Dinge zu sehen. Was ich zu dir sage und wie du es dann aufnimmst, was ich zu dir sage. Das ist eine Kleinigkeit. Aber das erfordert auch eine gewisse Intelligenz. Das muss man wirklich dazu sagen. Das merkst du bei manchen Leuten, das auch einfach nicht vorhanden ist. Gefühl, mit Gefühl. Ja. Ich bin halt, auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe, ich bin ein sehr sensibler Mensch. Also, mich triffst du halt echt. Du kannst mir mit dem Baseballschläger eine halbe Stunde lang auf mich einschlagen. Da werde ich wahrscheinlich noch sitzen und lachen. Aber ein gewisses Wort an einer gewissen Stelle verletzt mich. Und du musst halt auch klar sagen, das sind meine Schwächen und das sind meine Stärken. Und wenn du sagst, ich habe keine Schwächen und ich habe nur Stärken, du bist ein ganz armes Licht. Ich habe auch Schwächen, wie jeder andere Mensch auch. Jeder Mensch hat Schwächen. Und das ist einfach, wie du so schön gesagt hast, ist einfach ein Fakt. Ist ein Fakt, ja. Definitiv. Also, es ist traurig, wie es hier abgeht, wie es generell so in allem so abgeht. Ich würde mir wünschen, so ein bisschen was zu sagen zu haben in der Politik. Das würden sich so viele Sachen ändern, ne? Nicht nur, ey, wir sind auf der Welt, denkt immer dran. Zum Leben. Arbeit, wichtig, um einen gewissen Lebensstandard zu haben. Wie viel du jetzt bereit bist, dafür zu tun ist, ist im Endeffekt deine Entscheidung. Weil jeder kann, wenn er will, Millionär, Milliardär werden. Es liegt halt immer nur daran, wie sehr du etwas möchtest. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich etwas möchte, dann gebe ich alles dafür, dass ich es kriege. Ja. So, und ich lasse mich da nicht irgendwie aufhalten, bremsen oder ablenken oder sonst so. Mein Fokus bleibt immer klar. Deswegen, für alle Leute da draußen, fokussiert euch auf die Sachen, die ihr wollt. Und gebt da einfach alles für. Dann kostet es halt mal, dass du halt mal zwei Jahre, drei Jahre nicht in den Urlaub fährst. Ich habe auch mal den Kühlschrank leer gehabt. Ja. Sag ich dir ganz ehrlich. Brauche ich gar nicht zu reden, ja, ich bin Multi oder sonst irgendwas. Nein, ich habe auch mal richtig Scheißzeiten hinter mir gehabt. Aber die habe ich auch gebraucht, um A, Dinge besser schätzen zu können. und B, mit gewissen Dingen besser umgehen zu können und auch in stressigen Situationen cool zu bleiben. Ja. Das kann ich echt eben nur so ans Herz legen. Und niemals, niemals, niemals im Leben auf andere hören. Zieh dein Ding durch, ehrlich. Wie oft haben die Leute gesagt, verkauf das Ding doch, du hast doch nur Stress damit, du hast doch nur Stress mit der Polizei. Und ja, habe ich. Aber gehört dazu. Ich habe gesagt, ich will diesen Weg gehen und dann gehe ich den Weg auch. Dann gehört es auch mal zu hinzufallen, dann gehört es aber auch dazu, wieder aufzustehen. Genau. Kommt immer darauf an, wie man dann aufsteht. Du musst stärker aufstehen. Ja. Dieses Verweichlichte, was du beigebracht bekommst in der Schule, drauf scheißen. Egal, wie deine Noten in der Schule waren, interessiert später kein Mensch. Das ist auch immer interessant, dass die Leute, die immer scheiße, ich war jetzt nicht besonders scheiße in der Schule, ich war so durchschnittthalten. Ich war besonders scheiße in der Schule. Ja. Guck mal, wo du jetzt bist. Ja, guck mal, wo du jetzt bist. Ja. So, denk dran, das ist ein Traum von vielen anderen. Ja. Beneiden tue ich dich auch ein Stückweise, klar. Aber jetzt nicht beneiden im Sinne von, ich gönne es dir nicht. Aber ich beneide dich im Sinne von, geil, das ist ja cool, was er da macht, was er jeden Tag erleben kann. Diese Erfahrung, die der so mit sich mitnehmen darf, das ist das Geile. Um Gottes Willen, ich würde nie im Leben sagen, ach scheiße, ey, der hat das und ich habe das nicht. Ich gönne dir das. Weil wenn ich es wirklich vom Herzen gewollt hätte, dann hätte ich es auch gekriegt. So denke ich dann. Ja. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr, sehr geiler Denkweise auf jeden Fall. Ja, empfehle ich jedem einfach. Ja. Ja, und ich weiß, unser Produzent im Hintergrund, der verzweifelt gerade schon, weil er wieder seine Editing-Timeline vor sich sieht. Aber ich muss, und das halte ich ganz kurz, eine Story erzählen. Für jeden da draußen, der jetzt immer noch zuhört, gerade auch in die Schule geht. Ich habe mich vor zwei Monaten, glaube ich, zu dem Inspirierungsgespräch, das ich jemals in meinem Leben hatte, mit meinem alten Klassenlehrer. Geil. Weil, und das habe ich erkannt über den Zeitrauben von, als ich angefangen habe, ins Berufsleben direkt nach meinem sehr schlechten Abi einzusteigen. Er war immer der festen Überzeugung davon, dass ein Mensch per se nicht an seinen Noten definiert wird. Und er hat mir auch immer das Gefühl gegeben, alles klar, ich weiß, Schule ist nicht deine Baustelle, zieh das jetzt durch, guck, dass du da so mit einem akzeptablen und guten Ergebnis so für dich da rauskommst. Ja. Und dann gibst du Vollgas und da hatte ich nie einen Zweifel dran. Und so ist er auch mit dir umgegangen, weil er wirklich total menschlich mit einem umgegangen ist. Wenn deine Note schlecht war, hat er natürlich fachlich angefangen, mit dir über das Problem zu diskutieren. Genau. Aber außerhalb davon war er immer total normal. Total normal. Geiles Thema. Die Gespräche, die ich mit diesem Mann führe, waren wirklich für mich einer der, wirklich mit die geilsten Gespräche. Ich habe Leute kennengelernt, die viel in ihrem Leben erreicht haben. Aber das ist einfach ein Mensch, und das muss ich ganz ehrlich sagen, der ist halt nicht geisteskrank erfolgreich, den jeder kennt und bla bla. Aber für mich ist das ein Mensch, der einem die Zukunft vorweist. Und ich weiß, dass wenn er nicht gewesen wäre, ich nicht ansatzweise da wäre, wo ich jetzt wäre. Kann ich genau selber sagen. Ich habe auch so einen Lehrer gehabt. Herr Lehmann, bester Mann. Kurs geht raus. Ja, Herr Drehus. Grüße gehen raus. Ich hoffe, wir machen mit ihm einen Podcast. Der hat mir so oft den Arsch gerettet, der Typ. Der hat aber auch ein gewisses Potenzial in mir irgendwo gesehen. Auch mein alter Ausbilder. Ich habe gedacht, der hat mich gehasst früher. Weißt du, du schreibst eine Zahl, er kommt und sagt dann so, ich habe einem super weltweit bekannten Unternehmen eine Ausbildung gemacht. Also wirklich, ich bin auch stolz darauf, damals meine Ausbildung als Industriemechaniker dort gemacht zu haben. Und ich habe immer gedacht, der hat ein Problem mit mir. Ich dachte immer, der hasst mich, der Typ. Ohne Scheiß. Ich habe es wirklich gedacht. Und ich denke mir so, was will der von mir? Ich habe eine 2 geschrieben. Bei den anderen sagt er so, ja, super, habt ihr toll gemacht. Und dann, ich komme so, ja, ich habe auch eine 2. Ja, war mir das gerade 1 geworden? Ich denke, müssen wir den. Der hat mich verarschen, Alter. So, Bruder, ich habe gerade alles gegeben. Anstatt zu sagen, ja, hast du super gemacht. Nee, der hat mich immer runtergezogen. Aber die Message dahinter war, er wollte einfach, dass ich der Beste von allen werde. Nicht, weil er mich gehasst hat, sondern weil er mich gemocht hat. Und er hat mich richtig gemocht. Und leider ist er verstorben. Und wir hatten, nachdem ich meine Lehre beendet habe und das Unternehmen dann irgendwann verlassen habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich damals auch noch ein bisschen grün unter den Ohren war. Und gewisse Prioritäten halt anders gesetzt habe. Seine Worte alle. Boah, der hat mir so viel beigebracht, der Typ. Fürs Leben ist so viel. Immer dieses, so Worte wie, weitermachen, 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 weitermachen. Nicht aufgeben, hast du eh getan, weitermachen, weitermachen. So, das bleibt im Kopf. Gewisse Dinge bleiben einfach im Schädel. Und auch mal Sachen, die mein Papa mir damals gesagt hat, bevor er verstorben ist, wo ich noch ein kleiner Bengel war, ja. So, dann denkst du, was will der Alte von dir? Dann bist du irgendwann selber so ein bisschen älter geworden, hast du kommst selber in so eine Situation rein und du denkst dir so, krass. Hab einfach recht gehabt. Ja. Ja, manchmal. Deswegen, werdet auf eure Eltern, nicht in allem, wenn ihr irgendwo euer Ziel habt, setzt dieses Ziel. Ja. Ich hab meiner Mutter versprochen, wenn ich sterbe, dann als Multimillionär, Minimum, und das werde ich hundertprozentig einlösen. Das ist ein schönes Zielbrechen. Ja, aber... Deswegen lasst euch niemals beirren, niemals aufhalten oder von irgendeinem sagen, ach, das schaffst du eh nicht. Das sind die, die es nicht schaffen werden. Ja. Ganz einfach. Geil. Okay. Ja, ey, an der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, es war einer der interessantesten Gespräche, die wir bisher hier geführt haben. Das stimmt. Dankeschön. Und es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass du hier warst. Das beruht definitiv auf Gegenseitigkeit. Ja, das freut mich. Dankeschön. Also es ist wirklich ein mega geiles Gespräch geworden. Jetzt haben wir noch zum Schluss etwas, was wir halt jetzt auch wieder neu eingeführt haben. Wir haben dir was mitgebracht. Wir haben dir was mitgebracht. Tatsächlich, ja. Jetzt echt? Ja. Mit Unterstützung muss man dazu gehen. Genau. Und ich muss halt wirklich an der Stelle sagen, ich habe dafür nichts gemacht, außer gesagt, dass ich es eine coole Idee finde. Deswegen werde ich hier nicht die Lore entfernen, aber das hier, das offiziell mitnehmen. Tempo Limit Podcast. Das ist tatsächlich, wir haben jetzt auch ein neues Logo, oder mal ein Logo. Ich mache da direkt auf. Ist das hier so ein Grinder oder was? Genau, das ist unser offiziell. Offiziell nicht. Ohne Scheiß. Weißt du, wie er und ich uns kennengelernt haben? Dadurch wahrscheinlich, oder? Das Ding, ich weiß nicht, ob du siehst, das hängt auch immer noch bei mir im Auto. Das werde ich niemals. Und ich wollte dich noch fragen, ob du mir so ein zweites Ding davon machen kannst. Wenn ich niemals abgeben. Und Scheiß. Niemals. Sehr gut. Ja, jetzt hast du ein zweites. Ist ja perfekt. Geil. Ich finde die Box aber mega. Ich stehe ja voll auf Boxen. Und das ist quasi unser Schlüsselanhänger, den ihr vielleicht in Zukunft öfters sein werdet. Sehr geil. Aber auch alles, auch so die Boxen. Ich stehe ja so richtig auf Boxen. Ich bin auch so ein Uhren. Ja. Immer so für alle, die es wissen. Ich liebe Uhren so. Ich sammle auch Uhren. Ich bin so ein richtig Uhrengecker. Das ist aber auch bei vielen Autoliebhabern so. Ich weiß nicht, woher das kommt. Und ich habe halt auch immer so viele zu Hause, auch immer so ganz viele Schatullen von den Uhren. Ich sammle die schon. Ja, voll geil. Holzding passt perfekt zu dem großen Ding, was du mir da gemacht hast. Hängt übrigens bei mir in der Eingangstür, ne? Also jeder, der reinkommt, sieht das vor. Also ich finde das mega. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Wir danken dir, was ich nach sein durfte. Sehr gerne. Ich verspreche euch auf jeden Fall. Ich besorge euch noch ganz viele wichtige. Das hören wir doch immer wieder gerne. Schenk habe ich im Vorfeld auch schon so ein bisschen rumgefragt, rumgeteasert. Habe schon ein paar interessante Personen für euch. Hey, das ist für uns, ist das natürlich auch gerade in den Anfängen unsere Gute. Genau das muss man unterstützen, wenn jemand am Anfang ist. Weil da kannst du jemanden sagen, geil, ich habe ihm, ich habe dazu beitragen können, dass er es geschafft hat. Ey, auf jeden Fall. Definitiv. Dann spielt keine Reihe, ob jemand nur 100 Follower hat, 10 oder 2 oder 3 Follower hat. Ja, jeder startet irgendwann. So sieht es aus. Ist einfach so. Absolut. So, und so wie ihr das macht, ey, mega professionell an der Stelle so. Ihr wisst gar nicht, was hinter euch so abgeht. Das ist das Schätzchen-Feed. Das ist ein ausgebruchtes Skript. Zweimal. Zweimal. Mega geil. Also wirklich auch Lichtverhältnisse, Kameras. Hier stehen im Gefühl sieben Kameras. Wir haben ganz lange die Halle aufgeräumt. Ja. Nee, ich finde die Atmosphäre ist mega. Mega. Ich stehe das voll auf. Es ist ja wirklich unsere kleine Man-Cave seit dem ersten Jahr. Das finde ich cool. Also hier wurde viel rum geflucht. Oh ja. Aber es gehört dazu. Ja, definitiv. Ja, okay. Cool. Dann mache ich die offizielle Abmoderation für den fünften Podcast von Tempolimits. Es war mir ein Ehre, euch wieder wahrscheinlich jetzt zweieinhalb Stunden, drei Stunden eurer Zeit rauben zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt hoffentlich bald auch auf Spotify. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönen Abend. Schönen Tag. Ich hoffe, dass alle meine Hater meine Follower werden. Aber auf jeden Fall habe ich es geschafft. Richtig. Und richtig. Richtig und richtig. Bis dann. Ciao, ciao.